Hi! Habt ihr gerade vielleicht noch das etwas veraltete Dark Souls gesehen? Mit einem alten Mann, der ganz schlecht spielt? Da war alles sehr langsam, auch im Spiel. Ja, dann habt ihr Glück, denn jetzt geht's weiter mit dem viel cooleren Bloodborne und dem viel cooleren Simon und mir. In 100 Jahren, von jetzt an gerechnet, sind wir wahrscheinlich alle tot. Ihr seid alle tot, wir eventuell auch. Die Jüngeren von euch haben's vielleicht noch geschafft. Entweder Roboter oder werden aufgekauft von Siemens oder arbeiten dann als Küchengerät in digitaler Form mit so einer beschränkten Persönlichkeit. Also, du bist am Leben, aber du darfst auch nur so bestimmt ... Da gibt's dann so eine Abteilung, da wird gefragt, was mochten sie denn gerne im Leben? Karussell fahren. Ah ja, okay, sie sind Mixer. Ja, kann eine Zukunft sein, aber was auf jeden Fall bleibt, das ist natürlich das Internet und seine Datenmenge, zu der eben auch dieses Video ein kleines Fragmentchen hinzusteuert. Und falls ihr das jetzt hier im Jahre 2.119 schaut, herzlich willkommen auch euch. Wir spielen Bloodborne. Aber die reden doch gar kein Deutsch mehr in 1000 Jahren. Da reden die doch Alien schon irgendwie. Das kommt drauf an, wer welche zukünftigen Kriege gewinnt. Das ist wahr. Die gilt es noch zu führen. Oh, ich wollte da durch, aber wir sind schon auf der anderen Seite. Genau, also, kurzer Rückblick. Wir hatten dann hier diesen Schlüssel da benutzt und dann hat sich das Rad gedreht und geöffnet. Wie edel wir aussehen. Nils, das war eine vorzügliche Wahl der Klamotte. Warum hat der so eine Knieschiene rechts? Oder ist das eine königliche Knieschiene? Nee, das ist eine königliche Knieschiene. Das ist wie ... Du kennst ja leider Gronkowski nicht. Gronkowski, nee. Von den New England Patriots. Der hat auch immer so eine Schiene an. Das ist Footballers? Ja, genau. Bist du Football-Fan? Willst du mich jetzt verarschen? Doch, schon lange, ja. Das ist krass. Das ist eine Sache über dich, die ich irgendwie entweder verdrängt habe oder noch nicht wusste. Kann ich das zerhauen? Ja! Können wir mit ihm reden? Hallo, edler Mann. Kann ich mich verbeugen? Nee. Oh, please. Oh, du. Ich lasse ihn mal weiter murmeln. Wir werden ja sicher noch mal hinkommen. Wo geht der denn jetzt hin? Der läuft hier einfach rum, oder? Achso, der macht hier seine Route. Vielleicht ist er auch überrascht, dass plötzlich jemand Neues da ist, aber er quatscht mich ja nicht an. Was war da mal mit Böhrenwerth? Da waren wir ja schon. Byrgenwerth? Byrgenwerth. Ist das nicht da, wo dieses Schloss war, wo das alles seinen Anfang nahm? Na, ich warte lieber auf den Chat. Oh, wir haben übrigens heute Chat. Noch. Noch, ja. Bis zu Anfang haben wir es ja manchmal. Ey, es sieht auch wirklich so geil aus wieder. Dieses Fischerdorf und oah. Ey, das ist jetzt aber voll Lovecraft. Das ist so das Schatten über Infamous. Ja, überall die Muscheln. Das sieht ganz klar, als ob da seit Ewigkeiten sich das so hochkriegt. Überall, auch an den Häusern. Überall sind diese Muscheln schon. Ich wette, wir finden gleich Gegner, die auch überall Muscheln haben. Was ist denn das hier, sag mal? Was ist das? Irgendwas? Das sieht schon wie nach was Knöckrigem aus. Irgendwas, äh, ein Skelett, ne? Von irgendwas. Ja, das scheint mir so eine Schlange zu sein oder sowas. Die kommen gleich, ich sag's dir. Oh, ne Lampe! Oh, geil. Es sieht so aus, als wenn diese Muscheln, die sind ja auch organischen Materials, ne? Wenn die auch von diesem Blutfluch betroffen sind, dass diese Wucherung und diese übertriebene Wucherung auch dadurch sozusagen herrschluss passiert ist. Ein Muschelmonster. Ja. Die sind natürlich eher harmlos. Äh, da gibt's diese, wie heißt diese Phobie? Ich weiß sie nicht, dass man Angst vor diesen Löchern hat. Vor ganz vielen Löchern. Die auch noch so ähnlich wie hier angeordnet sind. Psychiophobie, ich weiß es nicht. Das ist eine ganz ekelhafte, wenn du die hast. Das ist wirklich sehr schlimm. Da gibt's Bilder zu. Also mit denen, die getriggert werden. Vorsichtig, ne? Immer schön vorsichtig. Der hat zwei Schläge, das ist ja nix. Nö, weil wir sind auch mega super gut. Ein glibberiges Fischwesen. Ah! Okay. Ja, das können sie. Sehr spießig. Ey! Okay, jetzt einmal ein Doppelter. Dann laden. Aber, um den mich erwischt hat? Zack, zack. Schwung, Doppelschwung. Das wird schon wieder so ein Orientierungsfestival. Ja, hier links kann man wahrscheinlich auch lang. Wir jetzt hier nicht. Wenn du von da oben irgendwo runterkommst, wette ich, ist da auch noch was. Nö. Ist gar nix. Okay. Ah, ist das alles irgendwie atmosphärisch. Das ist einfach mega geil. Für andere Spiele wäre das ein Setting. Und hier ist das so nur ein Level. Mhm. Ja. Das ist der Roddymo! Was ist das für ein seltsamer... Wie dann ein Nebel, der da... Oh ja, der kommt aus dem Dingens da raus. Und von dem kommst du nicht. Oh, jetzt kommen die wieder, ne? Oh, ein Thionosaurus. Der ist größer. Der ist größer. Schlimm, böse. Hat mich ausgenetzelt. Wie du quasi noch bevor da irgendwas kommt, mir das Patch noch in einer Bewegung so rüberreißt. Ja, aber ja. Was ist er da für ein geiler Haid, Mensch? Der augenlose, äh... Der ist ausführlich wie ein Hai. Heiko. Wie diese Heiko. Augenlose Heiko. Wenn der Hai K.O. geht, spätestens heißer Heiko. Äh, ja, interessant. Interessanter neuer Gegner. Kam schön blindside-mäßig von der Seite wie so ein Quarterback. Heiko der Quarterback, so nenn ich ihn aber jetzt. Okay, dann wollen wir mal schauen. Oh, sieht die Welt mega geil. Nice und steinig aus. Ich würde bei der... Machst du eh, aber bei der großen Klinge bleiben, weil die Kleine hat... Lieber diese Klinge. Das ist dann doch zu häufig. Irgendwie zu viele Schläge. Ich glaube, der muss... Oh, shit. Wie so ein Nacktmull sieht der Kopf aus. Von Heiko. Das, das meine ich. Ein Nacktmull, ja. Dieses runde, augenlose, einfach nur wie eine riesige Nase, mit der man überall gegen dutzt, um zu gucken, ist hier eine Wand oder kann ich hier durch? Oh, das ist so Wale. Gibt's die, die so eine Schnauze haben. Irgendwas komisches. Ich hab ein Hai. Aber ein Hai hat eine zu... fast schon pfeilförmig geformte Schnauze. Ja, das stimmt. Oh, oh, mach du erst mal jetzt... Das sind nicht Diskussionen, die wir jetzt... führen müssen. Na gut, ich muss hier einen lutschen hier. So, äh... Ich guck mal, die... Warte, die liegen alle mit der Nase im Wasser jetzt. Man kann das nicht so erkennen. Ich würde gerne diese Diskussion noch kurz zum Ende bringen. Ja, liegt was. Hä? Doch. Ja, ich wollte mir die Nase angucken. Nee, von dem Großen meine ich. Ach so, okay. Ich meine nicht den Kleinen. Entschuldigung, meinst du den Kleinen? Nein, nein, ich meine auch schon den Großen. Und dachte ich kurz, du meinst den Kleinen. Aber du meinst auch den Großen. Mal gucken, ob du ihn lange noch angucken kannst. Toll. Guck dir hin. Auf die Wand. Was ist das denn hier für eine... Geht nicht. Verfluchtes Walfischöl. Leuchtet grün. Äh. Was ist das? Ih, das ist ein Maden, oder? Ja. Ih. Äh. Ja, man sieht die sogar kriechen. Siehst du das? Kleinen Maden machen so. Ja, wir müssen die verfolgen. Wollen wir eine Sendung mal machen, wo wir nur den Einer, den Einer, die wir verfolgen nur den... Und gucken, wo er hingeht. Ja, und wer mit wem und so. Der eine runter. Wir machen leider nur so eine, einmal hoch, runter. Also der eine, den ich gerade sehe, der geht komplett runter. So, jetzt ist er weg. Oh ja, einer ist auch verschwunden, jetzt meiner. Und taucht der jetzt wieder irgendwo auf? Nee. Das Geräusch ist auch schön. Das ist ja fantastisch. Die große Madenwanderung. 24-Stunden-Event auf Rocket Beans. Marc-Marc-Gandhi ist. Das ist der Friedliche von mir. Da. Hat er noch was? Ja. So, wir nähern uns dem Heimann und werden gleich mal... Äh, denke die hier, genau die Köpfe kommen jetzt noch. Erstmal mach ich den hier. Oh, viel mehr Köpfe, als ich vertragen kann. Aber ich hab sie erstmal hingelockt. Wie, 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 wie weit fliegen die denn die Köpfe? Wenn ich jetzt mal aus der Reichweite komme? Oh, ist das okay. Oh, schön. Nee. Hat nicht gereicht. Ups. Du kannst eigentlich mit einem kurzen Schlag noch nachsetzen. Ja. So, gebt mir bitte eure... Das war edel. Jemand meinte, das ist jetzt kein richtiger Spoiler. Weil es geht ja auch darum, dass wir Level 10 erreichen für unser Schwert. Und es gibt wohl nur, wenn ich's richtig gelesen hab, ein andermal eine Möglichkeit, das zu machen. Oder mehrere und nur wenige gute. Auf jeden Fall die eine ist wohl bei den Schweinen, wo wir immer gelevelt haben. Kannst du dagegen haben? Ach, ihr habt den gar nicht erkannt. Das sah für mich aus wie irgendwie ein Stein. Konntest du den anvisieren auch nicht, oder? Nee. Siehst du, das war nämlich das Ding. Ich dachte, okay, dann ist da irgendwie... Aber in der Öffnung. Jetzt kommt der von links, denk dran. Ja. Der wollte mich greifen. Oh, da ist er. Er ist cool. Oh, oh. Ja, aber du machst den. Der kann eigentlich nichts. Guck's dir an. Viel zu lahm ist er. Mit dem tollpatschigen Simon hattest du vielleicht kurz einen Moment des Erfolges. Doch nun ist der nie müde werdende Nils. So, Gesicht angucken. Oh! Naja, es war so eine Mischung. Wir haben beide Recht und Unrecht. Es ist so vorne die dicke Nase. Er erinnert mich eher an so einen Cartoon-Charakter. Mit der Riesennase. Auf jeden Fall da, wo wir den Schweinerun gemacht haben. Und da könnten wir unter Umständen unser Schwert auf plus 10. Da ist eine Leiter. Können wir uns mal merken, falls es... Okay, da war der Schweine ran. Wir sind ja wohl unterlevelt. Immer noch. Ey, wir sind doch nicht unterlevelt. Und selbst wenn es ist noch viel geiler, unterlevelt zu gewinnen, dann sagen alle, geben uns Respekt. Wenn man überlevelt ist, sagen alle, naja, als ich das Spiel habe, war ich nur Level 13. Ja, aber wenn du es so durchziehst, dann machst du am Ende einen von diesen Unterhosen-Runs, wo sie dann einfach, ohne zu speichern, Unterhose durchlaufen. Wir hatten das mal auf dem Sender, ne? Ein Bloodborne, Speedrun. Ja? Mit Unterhose? Ne, der war, glaube ich, nicht mit Unterhose. Aber ich kann mich zum Beispiel im Nachhinein erinnern. Ja. Freundchen. Du bist wieder so ein ganz ekelhaftes Wesen. Ja, wie die Hexe. Die gleichen Bewegungspatterns wie die Hexe hatte der. Also die haben auf jeden Fall natürlich wenig gelevelt, ne? Und einfach sehr gut gespielt. Also viel haben die nicht vorher gelevelt. Da könntest du auch. Halt uns für fähig. So, jetzt die Treppe, da merke ich mir, aber ich gucke erstmal, was hier noch so ist. Das ist noch so ein Hexenbrut. Ist der selbst verbrannt gerade? Der hat sich selbst verbrannt, ja. Werfen die oder ist das der Boden einfach, der spontan sich? Ich kann werfen irgendein Shit. Da, von da oben. Da, der Penner. Da steht er oben. Feige Sau. Ich weiße ihn. Ja, aber das ist total Lovecraft. Au, da sind meine Echos. Gut. Murgel. Ja, jemand sagt's. Das war ein einhändiger Speedrun sogar. Von Bloodborne. Eine Hand? Äh, ja. Und wir hatten, das ist noch nicht gelaufen, kann ich kurz mal spoilern, hatten wir gestern bei Speedrun alle, ähm, ja, ich glaube, ich weiß gerade nicht mehr genau, was der Nick war. Code Chaser oder so. Code Chaser? Ja, es fängt an mit Code und Code Fighter, Code Chaser, irgendwas. Wie? Code Slayer. Siehst du, es war genau Code Slayer. Und der hat blind gespielt. Der hat blind Speedrun gemacht. Ich glaube es einfach nicht. Das war super fantastisch. Da könnt ihr euch irgendwann in den nächsten Wochen, wird es kommen. Das war sehr gut. Das war kurz mal hier wieder. Entschuldigung, ich laber hier auch echt, äh, Sachen, die ich reingehören. Dinge kümmern. Aber einhändige Speedruns und blinde Speedruns, das kriegt ihr unter anderem auch bei uns. So. Guck mal. Und hier gibt's geilen Seelen-Scheiß. Boah, ich bin so dumm. Ich hätte vorher eine Seele, das mach ich jetzt. Ich hätte vorher eine Seele essen sollen und dann hätte ich jetzt wieder volle gehabt. Muss ich mir merken. Ich hör was wackeln. Hier ist es über mir. Wahrscheinlich der Typ, den hole ich jetzt erstmal. Oder ist der schon? Eine letzte Information aus dem Charakter. Oh nein, du, du, immer, immer dann kommt dicke Action. Ein Händschwer Dark Souls, das war leider Fehlinformationen von mir. Aber ich muss sagen, es ist auch, es ist wenig spannend, weil du halt sehr gut spielst. Da oben rechts. Einer ist zur Hauna gelaufen. Ja, aber der hat nichts. Der rennt hier zu seiner, was ist denn, Äquivalent einer Mutter. Das ist die Eierschottersack. Da, wo die Larven irgendwie alle am See, hast du das früher auch gemacht? Äh, Kaulquappen, die ihr in Eierform geholt an irgendwelchen Seen und irgendwelchen Tümpeln und dann zu Hause versucht irgendwie halt zu Kaulquappen auszubringen. Das hat ja auch funktioniert. Das Schiff, mit dem ich rausgefahren bin, hieß Larveboot. The Larveboot. Den will ich noch hier bitte bestrafen. Ich seh schon. Was siehst du? Hä? Der ist doch hier runtergeplumpst. Simon, wo ist der? Du bist schon sehr, du bist sehr rachlustig, ne? Der Arme, lass ihn doch. Er hat wirklich nie, guck mal, wie er da ist. Ja, aber guck mal, vielleicht, der wohnt da oben. Ja, ich weiß nicht, wir hätten uns das mal angeschaut. Wegen den läppischen 500-Blutechos-Witz. Das sagst du nur, weil du reich geworden bist. Ich kenne einen anderen Simon, der hätte gesagt, 500, lass uns zurück nach Hause. Früher, ja. Das war Level 1, Simon. So, da ist noch wieder die Dings, die mache ich auf jeden Fall gleich. Da unten in den Dings-Tunnel da rein. Aber hier haben wir jetzt alles, ne? Hier oben hatte ich auch alles. Manchmal gibt es hier so Secrets of the Night. Ach ja, ich habe was vergessen, pass auf. Äh. Da, zack. Und... Ja, die könnte man echt mal langsam wieder anmachen. Unsere Jägerfackel. Ich, also, die bringt wirklich... Also, geil wäre, wenn sie heller leuchten würde. Aber das macht sie nicht, oder? Sie ist nur... Der Angriff ist stärker. Aber wie geil wäre das, wenn sie dann gedacht hätten, dass die dann auch einfach die Powerfackel machen. Ja, das wäre schön. Gamma auf plus 10, schön hochdrehen. Jetzt hat mich das... Das ist... Keine Höhle... Bleibt unbeleuchtet. Oder den Radius erweitern. Hängt der hängender Riesen... Riesenköpfe? Also, ja. Oder? Und Köpfe. Der Ernst hat geglaubt, er könnte mich von da hinten treffen. Weil hier konnte ich eben nicht gucken, weil ja der Typ mich beworfen hat. Deswegen... Da liegt auch noch ganz gut. Großartige Weisheit. Oh yeah. Eier? Das sind irgendwie Eier. Nee. Gut, ähm. Oh, es gibt die Jägerfackel. Und die macht tatsächlich mehr Schaden. Ja, Moment. Aber wenn dann unser Plus-5-Fackelei... Ach, was ist ein Shortcut, Simon? Dass die Leiter runter zu kicken? Ja. Ach, so runter zu kicken? Ich dachte, du hast sie einfach weggekickt. Hey, warte mal. Ähm, ja, cool. Aber wohin? Ja, hier direkt in die Lampen. Ach, da ist sie ja schon. Geil. Schon jetzt eine Progress-Folge. Wenn wir drüben an der Lampe steht. Ja, ja. Ja, cool. Progress-Folge. Nice. Auch Songs, die man heute wirklich nicht mehr machen kann. Die Doven, nee. Die Doven. Die waren, äh, vor ihrer Zeit, so sagen. Oder nach ihrer Zeit. Die waren auf jeden Fall... Gut, dass sie heute nicht mehr da sind. So. Geil, Shortcut. Ich hab schon das Gefühl, dass das... Siehst du das? Eigentlich hätte ich es dir nicht zeigen sollen, weil jetzt willst du es haben. Ja, gib mir der Fahrt. Ja, aber guck mal, ich muss ja eh erst mal jetzt da... Bevor ich da weitergehe, jetzt geh ich erst mal hier rein. Man weiß ja immer nicht, wie groß das ist. Vielleicht ist das einfach nur ein Schacht und da ist nix. Oh, guck mal, da sind irgendwelche Fischlarven. Ih, das sind keine Fische. Das sind einfach nur dicke Maden. Dicke Maden. Äh, das ist ein riesiger Berg. Okay. Geil. Das ist doch... Oh, Mother in Heaven. Nein, oh, ich wollt grad sagen, sei vorsichtig, aber... Alter Schwede. Das ist der Bruder von dem Dude. Guck mal, die Zähne da oben. Ja. Was hat er, der hat er? Nee, der Haie haben mehrere Zahnreihen. Das ist ein mutiertes Haiwesen. Ja, na ja, gut. Ich glaube, es gibt auch so einen lustigen... Es gibt einen Nasenwal. Oder Narwal. Nee, der Narwal hat vorne so ein Ding, ne? Ich mein aber einen mit so einer Dödelnase. Ich kann's nicht so... Ich werd den rausgoogeln fürs nächste Mal. Weil es gibt einen. Aber ja, wahrscheinlich soll's ein Hai sein. Meinst du nicht diesen Blobbersack? Ja, vielleicht ist sogar der... Der hat so einen lustigen... Ja, ja. Als wär der bei der Linden... Äh, bei der Lindenstraße. Bei der Sesamstraße. Genau. Einer der Charaktere. Ja, dieses... Genau, der ist weiß. Wär der blau, wär der bei der... Nein, das ist so ein Blobvieh. Ich weiß genau, du meinst dieses Meme auch so. So kleinen Knipsaugen. Genau, dieses berühmte Foto. Danke, danke Nils, dass du diesen... Dass du das endlich gekratzt hast. Weil das... Dass du das einfach anerkennst. Dass ich mir das nicht einbilde. Okay. Warum hab ich jemals... Nein, nein, es freut mich einfach, dass das... An deiner Manifestierung in der Realität gezweifelt hat. Was mich jemals meine Fantasie nicht bestärkt. Ach shit. Soll ich jetzt trotzdem einfach runter? Und komm, wir machen hier Endgegnerteim. Ich komm nicht mal runter. Ich komm nicht mal runter. Nee, nee. Nils, was hast du mit dir hier? Ich weiß nicht, du kannst nichts dafür. Aber wo bin ich hier? Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ich will hier weg. Das ist ja furchtbar. Du trickerst einfach... Du fühlst weg und trickerst einfach alles. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Aber jetzt ist es geschehen. Ich will jetzt mal keine Panik kriegen. Das ist das Beste. Alle wollen mich. Ja, so fühlt sich das an. Du kommst in meiner Welt. Wie geil, das ist ein Panik-Run. Du könntest kein Speed-Run, aber ein Panik-Run. Ich mach einfach einen Fehler am Anfang. Der Rest geht von allein. So. War der nicht hier oben eigentlich? Warum ist der denn jetzt da unten? Ja, das weiß niemand. Oh shit. Ah, es war klar, weil ich so voll doof bin, ey. Ja, komm. Ich will es auch nicht anders. Ich will es euch hoffentlich nicht spielen. Jetzt sind unsere 30.000 Seelen weg, aber das ist nicht schlimm. Weil wir sind reich genug. Oh shit, an die hab ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich hab wirklich nicht an die Seelen gedacht. Oh, es ist so unangenehm. Wie schlecht ich spiele. Nein, das war jetzt... Nein, pass auf. Du hast kurz für einen Moment... Ich weiß genau, was dein Gehirn gemacht hat. Du bist die Leiter hoch und hast völlig vergessen... Der Beluga-Wall. Da war ich noch. Geistig. Aber ja, ich hab völlig vergessen... Dass du, ähm... Dass dir Gebiet ist und dass da Feind ist. Weil ich bin hier ganz langgelaufen und da war niemand. Und in deinem Gehirn war noch, okay, da ist niemand. Und dann läufst du dahin, denkst nicht nach, läufst einfach los und denkst... Das halte ich für eine wüste Behauptung, dass ich nicht nachdenke. Das war zum Beispiel auch nicht sonderlich smart, wenn man mal ehrlich ist. Mit 30.000 Seelen, die du holen willst. Ähm... Ich bin einfach nur nicht in die richtige Richtung gelaufen. Und als ich Panik bekommen hab, bin ich sogar noch extra in die Falsche gelaufen. Und das war auf jeden Fall ein großer Fehler. Aber wie denkt man in so einem Moment noch nach? Das läuft bei mir aus dem Brückenmark raus. Da hab ich überhaupt keine... Das sind Muskeln, ähm... Die an irgendwelchen Hirnwindungen, die werden nie benutzt, außer in so Panik-Situationen. Das zum Beispiel, ich hätt den doch auch hauen können. Ah, da kamen sie alle. Ja, Mann. Ich hab die falsche Wahl getroffen. Ja, die Fisch-Metaphern werden uns heute nicht ausgehen. Nee, das stimmt. So. Guck mal. Jetzt hol die 30, komm, hol sie. Ja, die sind ja weg. Aber ich geh jetzt hier direkt mal rein, bevor ich jetzt wieder versuch den Typ einfach mal zu fragen, ob das okay ist, wenn ich ihn töte. Oh, shit. Du, jetzt bist du ja wieder bei dem. Warum denn? Ja, weil ich den wegbumsen will. Alter, der ist so geil schnell, ey. Das war's. Der ist so geil schnell. Das ist ja sensationell. Der splittert einen an und ich hab die ganze Zeit, ich rutsch weg, aber er ist so megageil schnell, dass ich nicht mehr wegkam. War interessant, nur für die Akten? Ja. Also, jetzt hab ich die 30.000, das ist nicht mehr meine Schuld ab jetzt. Hä, die waren doch eh schon weg. Nee, wieso? Hättest du die nicht einfach, warst du sogar da, hättest du nicht einfach da hochgehen können? In das Haus? Aber du hattest die doch gar nicht, die 30.000. Die waren doch hoch. Ach so, deswegen. Oh, und ich denk die ganze Zeit, ich hab 30.000 gehabt und hab die da liegen lassen. Ich hab nur deine nicht geholt. Nee, ja, ja. Okay, deine ist alles wurscht. Ich denk die ganze Zeit, warum holt der denn die Seelen nicht? Warum geht der denn runter? Nee, nee, nee. Ja, nee, ich hatte ... Ich hab ja alle Creeps getötet, dann hatte ich 30.000, dann hab ich die Heimischplatt gemacht, deswegen hatte der Heidi, aber ... Okay, ja, umso mehr tut's mir leid, dass ich die ... Du läufst jetzt rückwärts, by the way, ne? Ja. Nee, ich wollt's nur sagen. Aber ich wollte ... Hier geht's doch zum Brunnen. Nee, falsche Richtung, aber egal. Also, du kommst da auch hin, aber das ist der lange Weg. Und du, ey, weißt mir den Shortcut schon. Okay. Über die Leiter. Okay. Und da kannst du halt auch den fetten Hai z.B. von oben, wie ich's grad gemacht hab. Kann ich hier trotzdem ... Du kannst machen, was du willst. Ich will dir nur helfen, weil ich weiß, dass du manchmal nicht weißt, wie du bist. Das sind wirklich teilweise auch Implikationen einfach. Ich will jetzt nicht direkt als erstes in den Brunnen. Deswegen würd ich gern ein bisschen kämpfen, weil ich ja auch weniger Spielzeit hab. Hast du mal geguckt, wie viel mehr Stunden du insgesamt schon gespeicherst als ich? Du bist natürlich auch im Training. Tatsächlich weiß ich das nicht. Über zwei Stunden mittlerweile. Auf das gesamte Let's Play? Exakt, ja. Okay, aber da warst du zu Hause damals so viel geübt? Nee, ach, so viel geübt. Ich hab vier Stunden gespielt und dann wurde gesagt, ich hab vorgespielt und dann hab ich aufgehört. Ah, aber zwei Stunden zu wenig plus vier sind zwei Stunden, die du voraus hast. Ist das so schlecht? Okay, okay, ich hab verloren, ja. Irgendwie ist es so. Mathematik, it's facts. It's a fact. So, jetzt krieg ich ihn endlich auch mal. Du kriegst nur, du kriegst den, das Bitch. Schwert. Das ist, man bräuchte so einen kleinen Handschuh noch, den man so, bello geht. Das wär echt geil. Wie geil wäre mal ein Dark Souls-artiges Spiel, was sich komplett lustig macht über das Genre. Also was dieselben Regeln benutzt, schwer ist, geil ist, aber es nimmt sich halt nicht ernst. Es gibt eine Bratpfanne der Epischkeit oder so, die du mit Gold noch einreiben kannst. Irgendein Quatsch. So, wie du an die Waffen kommst zum Beispiel, muss komplett konfus sein, sodass man's nur über FAQs und so lernen kann. Ja. Ach, shit. Kann ich das auch nicht triggern? Nee, ich glaub nicht. Und wie weit kommen die? Okay, du hast die ja auch. Ja, ja, und dann kommen die und dann... Das war auch deutlich besser. Ah, ja, wir sind direkt in Angriffsstelle. Aber ich geh ja wirklich auch gleich runter. Hast du denn irgendwelche Tipps? Sag ich mal, was ich hier... Ja, mein Tipp ist, dass der Typ sehr schnell ist und wenn du glaubst... Also eher ein kurzes Schwert? Nein, das mein ich nicht. Der ist schon auch fett, aber der ist halt sehr schnell... Also manchmal denkt man ja, ich warte jetzt, bis der einen Move macht und dann roll ich weg oder so und sei dir einfach bewusst, dass er halt sehr schnell ist. Wollen wir irgendwas... Ich mein, eigentlich ist blöd, wegen sowas eine bessere Toilette. Ja, du kriegst ihn schon, nur... Der ist halt geil, weil der so schlittert auf dem Boden. Allerdings... Wo, was ist das denn? Wo wird man denn da angefaut? Versteh mich jetzt? Da oben? Alter. Nee, das ist mir ja zwei. Alter, das ist ja sensationell. Den hab ich auch nicht gesehen. Äh, naja, und er hat dann diese drei Attacken. Scheiße, man, der kann nur einmal hauen. Ah. Gerade als ich dachte, ich hätte den Rhythmus raus. Ey, aber gut, dass du den... Zwischen den Schlägen einmal nur hauen. Nicht zweimal. Gut, dass du den gesehen hast. Ähm, da oben an der Wand, weil, äh, ich hätte schon gesehen, irgendwie, man macht den platt. Und denkt so, yeah, und dann lässt er sich da oben plumpsen. Hm. Ah, das ist doch schön. Aber das ist ein geiler Gegner, der sieht fett aus. Ja, du kriegst nicht. Also, einen kriegst du jetzt, glaub ich, schon. Wir haben jetzt mehrfach... Simundes zu Dorsch, er sollte einen Fisch wahlen und dann alle Gegner nacheinander vernichten. The fish jokes are getting out of hand. We need to stop it. Mit der Pike, von der Pike auf gelernt haben wir das. Ah, sehr gut. Da ist irgendwas. Der kommt auf dich zu. Die passen sich voll dem Hintergrund an, man kann hier gar nicht mehr gar nicht mehr sehen. Aber man kann hier geil Fiolen fahren. Oh, der wieder. Meine Güte, der ist echt ein nerviger Bastard. Homing Heads. Die Homing Heads, ja. Can you give me head? Gehen junge Fische eigentlich zur Love Parade? Ey, heute seid ihr on fire. Und das unter Wasser. Wie kann das sein? Ihr seid crazy. Selten wo gelarvt. Ich werde angerufen. Ich weiß nicht, ob es Eddie ist. Ich kann nicht reingehen, falls es Eddie ist. Ich bin wieder am kämpfen. Wenn es Eddie ist, ich habe auch ein Handy hier. Kannst du mich auch anrufen. Vielleicht ist es auch jemand anders. Ich möchte Nils Handy nicht in die Hand nehmen, wegen Gericht und so. Falls mal irgendwann ... Dann sind da meine Fingerabdrücke drauf. Die müssen sich nur diese Bloodborne-Reihe angucken und wissen, wer ein Motiv hat. Denk dran, da oben. Da hängen sie. Singen die auch? Sind die dieses Gesangsverursacher? Ja, dann. Da gegenüber, genau auf der anderen Seite. Da. Und möglichst weit weg von dem Kämpfen. Da. Hast du gesehen, was ich meine? Ey, so ein Motherfucker. Und tot. Oh nee! Eine Aktion falsch gemacht. Tot. Aber lass dich mir kurz angucken noch. Ja, das war jetzt dumm von mir. Soll ich mal versuchen, einfach nur mit ihm so ein bisschen zu tänzeln. Ja, klar. Also du ... Ich glaube, wenn man den einmal hat, das ist wie immer. Ich bin jetzt nicht in den Kampf reingekommen, der hat mich sofort und hat mir gegeben. Ich glaube, wie bei dem anderen Großen auch. Wenn du einmal drinne bist, dann kriegt man das jetzt auch hin. Der ist nicht so krass, wie das jetzt wirkt, weil wir so dumm sind. Ja. Kann ihn sicher austricksen. Er ist ja erst zwar schnell, aber irgendwie durch die Größe kann sogar wahrscheinlich gut ausweichen. Ja, das glaub ich auch. Das war jetzt nicht von mir wieder einfach mega ... ... exakt den gleichen Fehler normal machen. Moment, warte mal, warum lauf ich überblatt? Ich weiß es nicht, aber das ist genau das, was ich ... Du drifst manchmal einfach los. Aber ich bin die Leiter hoch. Nein, dauernd ist der Große. Vorsicht. Ja, ja, ich weiß, aber du wolltest doch gleich die Leiter hoch. Ja, du hast alles richtig gemacht. Das hab ich doch richtig gemacht. Ja, ja, alles richtig gemacht. Ah, was? Nein! Äh, äh! Ey, das ist so kacke! Der Weg ist nicht unbedingt besser. Ja. Dann triggerst du ... Ja. Ach komm, nee! Du triggerst den Riesen halt. Das ist halt auch ... Man trägt den manchmal einfach nicht so. Boah. Das ist doch alles eine Pampe hier. Was mach ich denn hier auch? Okay, ich weiß, was ich mache. Ich hab bescheid, ich hab einen Plan. Die wissen nichts. Aber ich weiß es. Hast du es gesehen? Alter. Hast du es gesehen? Oh, wie geil! Alter, der ... Ich weiß, ich weiß. Ja, das ist sensationell. Lass uns so tun, als wär das supercool gewesen. Und nicht megadumm. Gott, war das cool und auch ein bisschen dumm. Okay. So. Jetzt ... Das ist doch nicht dein Ernst! Gut weggekommen. Alter. So, wir gucken den uns jetzt mal ein bisschen an. Ich hoffe, der andere wird nicht auch getriggert jetzt. Wo ist er denn? Alter, du kommst ja gar nicht dazu abzuschauen. Ja, das ist ... Der springt auf dich zu. Der ist ja so geil. Der so lang glitscht. Irgendwie in sein ... Oh, das ist ja ... Mit so einer Seifenrutsche. Ja, genau. Den mag ich irgendwie gerne. Ist ein Arsch, aber wir machen den gleich platt. Aber irgendwie ist mir der sympathisch. So, weil der so ... Hui! Hui! Wir machen bisschen Werbung. Ähm, und sind gleich zurück. Und dann zerbumsen wir diesen Megalodon. Ne? Bis gleich. Ich ... Ich war in der Dialog vor zehn Sekunden. Simon fragt ... Nils bin ich dran? Ich sag, nein, du bist grad gestorben, Simon. Oh, shit! Die Erinnerung ist schon verblasst an diesem Mund. Aber es ist auch schon eine Werbung. Also, herzlich willkommen zurück. Geh rein. Geh runter. Geh erst rauf. Rauf, runter, runter, drauf. Ja. Rauf, runter, runter, drauf. Einfach ... Ich zerbumse ihn einfach richtig jetzt. Ähm ... Jetzt denkt dran, genau an den. Wir werden riesen Spaß haben. Die Leute sind schon total begeistert, weil sie sich schon tierisch gefreut haben auf diese beiden Gegner. Ja, wir wissen, dass es zwei sind. Und manche sagen, das wäre eine der schwierigsten Stellen im Spiel. Das haben wir oft gehört, oft gesagt, was auch immer. Für diese lächerliche Behauptung kann ich nur müde lächeln. Ich find's nur geil, dass ... Das ist ja nicht mein Endgegner, oder? Wenn ich das richtig seh. Also, es ist einfach nur zwei Gegner, die härter sind als manche Endgegner. Das ist super. Hab ich ihn erwischt? Er ist weg. Den Zauberer, ja. Oh, hallo. Wir wollen nicht pieksen. Ich will sie schlagen. Yeah. Noch einer. Da kommt immer welche. Immer noch eine. Wir wollen einfach nicht aufhören. Ah, wer will noch was? Ich bin nicht mit euch hier. Ihr seid mit mir hier. Ihr seid mit mir hier. Super. So. Ich geh jetzt runter und dann ... Okay. Aalfleisch. Denk an den Rutscher. Der kommt immer. Gut. Ein dumm Fehler. Ja. So kriegst du ihn. Nicht noch mal. Doch. Geht sogar. Nein. Das war so gut. In ihn rein ist besser. Der war schnell, der kleine Hansel. Aber das ist doch lustig, das ist fast ein Endboss, ey. Du kannst es mit genau der Taktik von Anfang kannst du ihn, glaube ich, kriegen. Hast du gut gemacht. Immer. Der ist fast ein Endboss. Er kommt auf dich zu, du rollst nach vorne, drehst dich rum, haust ein-, zweimal gegen sogar, zweimal zu, dann wird's schwierig. Und dann machst du das, dann winch repeat. Aber nah an ihm dran, mit ihm kämpfen, versuchen um ihn rumzukommen, das führt meistens ... Genau, ich hol ihn dann von hinten krawemsen und ähm ... Das ist sein, ich mein, das ist sein Arena, der lebt da. Ist so, er ist der Champion, ne? Er kriegt ein eigenes Spin-off, auch der Typ. Weil er quasi auch seit 100 Jahren in dieser Arena Champion ist. Und er zum Beispiel, ne? Er hat auch eine eigene Geschichte. Er wär gerne, ja. Genau, er trainiert so Monkey D. Ruffy Style, Vorsicht. Oh, endlich. Ja, trainiert er und will stärker werden, ne? Und die anderen sind alle so krass stark. Genau, immer erst heilen und dann die Fiolen einsammeln. Ach. Ne, ist jetzt ja gut, du hast jetzt nochmal fünf, nur ... Weil sonst ... Ne, warte mal. Ja, okay. Die werden dir sonst nicht angerechnet auf deinen Max-Wert sozusagen. Ey, wie scheiße ist das, dass man den nicht anwählen kann? Als wäre er kein richtiger Feind. Ja, der ist vielleicht so ne ... Ah! Nicht tot. Geht noch, geht noch. So ne Geistform, einfach. Okay. Du bist noch vorne ausgewichen, innen rein. Hm, vielleicht kann ich ihn sogar ... Ah. Ah. Ja. Na, mach was. Das lässt er sich ... Oh! Ich bin aber auch direkt in den Reihen, aber ich dachte, dass er automatisch an ihm vorbei ... Aber das ist wieder so geil. Aber mal eine Frage. Ja. Muss ich dann ... Also, in wie viele Richtungen kann ich den rollen? Nach vorne ist klar, aber kann ich auch nach vorne links schräg rollen? Ja, du kannst auch. Ist das analog, das Rollen? Also, wenn du angewählt bist, ist das natürlich immer so ein bisschen magnetisiert. Aber du kannst ja auch zum Beispiel, wenn du ihn abwählst, kannst du ja quasi ... Dann kann ich ihn in jede Richtung, klar. Ja. Aber ich dachte jetzt auch mehr in diesem normalen Kampfmodus, man ist ange ... Ich frag mich halt nur, ob ich was falsch mache, indem ich geradeaus ... Ob ich dann eben mehr nach links in dem Fall ... Oder ob die Entfernung zu weit war und ich deswegen gar nicht um ihn rum konnte, sondern direkt vor ihm gerollte. Ja, das Problem ist halt, dass halt auch diese Wände halt relativ schnell kommen irgendwann. Aber der Anfang war ziemlich gut. Alter, jetzt bin ich aber gespannt. Bin ich sofort tot, oder? Ja. Ed von Schleck, Alter. Nee, du hast noch ... Du hast dumm geguckt! Oh, der konnte mich durch den ... Ich dachte, da bin ich safe. Wegen der Gitterstäbe. Aber er glitscht da durch. Er ist ein Glitscher. Er ist ein ganz lieber. Ja, guck ihn ja an dir. Wenn er nicht glitscht, wer dann? Hm. Ah. Schade. Das war sehr doof. Nun bin ich auf dem Weg in Sicherheit gestorben. Jetzt ist schon so weit, dass wir nicht mal mehr zum Brunnen kommen. Okay. Aber ich liebe diesen Speicherpunkt. Das ist mein Lieblingsspeicherpunkt im ganzen Spiel. Ich hab mir jetzt ein sehendes Auge gebaut. Warte. Ein sehendes Auge. Oh, es ist mir dabei angeguckt. Oh. Das Auge. Würdest du dir ein Auge implantieren lassen? Also eins, was funktioniert? Und wenn ja, wo? Am Glied, selbstverständlich. Am Glieden Auge? Das ist doch ekelhaft. Wer will das denn sehen? Ja, ich? Deswegen, ja. Ja, aber also ... Nein, also was ... Ja? Möchtest du das jetzt besprechen? Nein! Aaaaaah! Das war's. Nein! Es ist doch ... Na gut, okay, der hatte offensichtlich Hunger. Guck mal. Dadurch, dass deine Health weg war, hat er dich runtergeschluckt. Ich hab's gesehen. Bei mir hatte ... Ich hatte noch so ein Fitzel. Aber wie geil ist das denn, wenn du tot bist, dass er dich auch runterschluckt? Ja. Die Schönheit in diesem Tod musst du sehen können. Denn wenn du die Schönheit im Tod siehst, mein Freund, dann hast du ne geliebtetes Leben. Siehst du? Ich bin ganz ruhig. Warum kannst du diesen philosophischen Mastermind-Gedanken gerade nicht wertschätzen? Da hat er mich einfach aufgegessen, dieser dumme Mittelgegner. Aber es war Schönes zu sehen. Also, es tut mir eigentlich nicht wirklich weh, weil es schön war, einmal gesehen zu haben, hier einen runterschluckt. Auf das ist nie wieder passiert. Alter. Warum kämpfen wir überhaupt mit dem? Das ist doch gar nicht unser ... Das ist nicht unser Hauptge... Danke. Das seh ich ein. Aber ... Nee, weil ... Ich weiß auch nicht, vielleicht kann man auch durchlaufen. Das stimmt. Vielleicht geht das auch. Habt ihr hier nicht ... Ah! Du alte Hexe wieder. Du alte Mordokai. So, gib mir jetzt bitte meine Fiolen. Ja, du hast recht. Vielleicht, aber das Ding ist ... Wenn man da, so wie du, man weiß, was ich glaube, was wirklich Sinn macht, wenn man einfach runterfällt. Dann sparst du viel Zeit. Dann verlierst du natürlich Blutfiolen. Aber, ähm, so wie du das einmal gemacht hast, war das eigentlich ja nicht schlecht. Ja, aber es war aus der Not geboren. Man kann auch nicht überall, glaube ich, hochhüpfen. Also über den Rand des Brummens. Ja. Ja, wenn du aber Dennis gekillt hast, jetzt kannst du auch rüber. Ja. Easy. Merkste, ne? Ja. Ja, denk ich. Okay. Okay. So. Ich hab dich sofort gesehen! Das war's. Ist das so zu Gott? Dieser Spacko! Ich hab, Mann, ich wollte ihn anlaufen und ihm direkt eine geben und direkt hier sagen, ich bin wieder da. Ja. Er ist aber schneller mit seiner Animation und wenn du dich einmal gewahlt hast, dann siehst du bald aus. Nein, das war dumm. Aber wenn er so haut, dann ist hinten sein kleines Baströckchen, geht so hoch, man sieht seinen Hintern. Sein High-Hintern? Kannst du mal drauf achten. Immerhin das. Immerhin hat er keine Ahnung mehr, wie man sich kampfgerecht anzieht. Nicht so wie wir. Bei uns würde das nämlich nicht passieren. Eigentlich will ich den nicht. Kann ich denn nicht hier runter? Eine Unfair! Siehst du, genau! Das hab ich letztes Mal gesucht. Den Weg runter. Deswegen bin ich übers Dach gelaufen. Und jetzt einfach von hinten, ne? Zumindest, ich möchte mich mit dem Dicken einfach jetzt nicht anlegen. Das frisst zu viel Energie jetzt. So macht das auch Sinn, ja? Ah, okay. So machen wir es jetzt immer. Siehste, da kann er so viel... Alter. Hat der mir noch eine mitgegeben? So ein Pferd. Damit's hier nicht so einfach wird. Schon 22, okay. Das ist übrigens ein sehr demokratischer Staat, in dem wir hier sind. Weil hier überall Wahlmänner rumlaufen. Ich glaub, man muss sich eng an diesem Ding halten hier. Der ist böse. Unser Regal. Sieht der mich denn nicht? Ist der vielleicht blind? Alter, da hat er mich auf jeden Fall gesehen. Mal eben eine mit der Keule geben. Einfach mal eben so viel abgezogen. Ah, er ist so schön. Okay, jetzt mach ich den alten Trick. Ich lauf hier um ihn rum. Oh nein, er hat es antizipiert. Er ist Champion of the Cave. Ja, er hört das, ne? Alter, ich komm nicht weg. Weil es ist ein fetter Scheiß-Schritt. Aber weißt du was? Du hast in diesem Run Progress gemacht. Weil du hast nämlich den Weg entdeckt, wie man nicht alle platt machen muss. Verstehst du das? Ja. Das hast du wieder. Ich werde erinnern. Ich kann ein bisschen wahnsinnig. Aber ja. Es sind die kleinen Dinge. Simon, was soll denn da noch verwelken? Im Winter deines Kopfes. Es geht immer noch schlimmer. Solange du keine Netflix-Doku bekommst, ist alles okay bei dir. Oh Gott, ich hoffe nie. So, ich lauf schnell wie der Wind. Ich bin cool wie das Christkind. Oh, oh, der Dicke will. Gut. Niemand kann mich in den Schatten stellen mit meiner Geilheit. Guck mal, wie die da oben rumtoben. Ja! Super. Okay. Jetzt hat er dich genau da, wo du ... Gut. Nicht zu gierig werden. Es war sehr gut bisher. Nein, er rutscht, er rutscht, er rutscht, er rutscht! Nee, nee, alles noch gut. Genau, geh mal in Deckung, hinter dem Ding. Das ist noch 18. Was genau war denn das jetzt grade? Jetzt kannst du dir sagen, was das war. Soll ich's jetzt sagen? Er steht hier, ich steh hier. Ja. Ich wollte nach da slideen. Er holt aus, ich slide nach da, drück noch mal, slide wieder zurück und lande genau unter seinem Trident da. Das ist passiert. Aber man hat das gar nicht richtig so gesehen. Du warst einfach so plötzlich tot, irgendwie halb in der Animation vom Feind. Ja, ja, wie gesagt, ich bin zack. Ich wollte noch einen weiter hinter ihm, ne? Also ich wollte zwei, zack, zack. Und ich bin zack, zack. Und dann bin ich genau da gelandet. Das ist so wie beim Fußball, wenn's so diese Analysen gibt nach dem Spiel. Da kannst du hier auch so eine schöne Whiteboard-Analyse machen. Woran hat's gehapert? Vor dem Boss ist nach dem Boss. Ey! Das kannst ja wohl... Siehste, die können keine Höhenmeter überwinden. Da ist er wieder. Ich war doch gerade erst am... Du warst doch gerade erst am slideen. Leider. Ey. Ich kam diesmal nicht aus der Ecke raus. Es waren immer irgendwo Beine oder ein Stein oder so. Ähm. Aber du kannst mal davon ausgehen, dass der Mann eine neue Wissenschaft gegründet hat. Slidologie. Er nennt sie Slidologie. Das selbe Scheiß-Gag kam mir nämlich auch. Und ich kenn die Leute noch nicht mal mehr, weil die scheiß Sliders keiner mehr kennen. Kennt ihr noch die Sliders? Wie hieß der noch mal der Schauspieler? Der ist doch recht bekannt. Der war recht bekannt, ja. Der eine John Rhys-Davies war der bärtige Dicke aus Indiana Jones 3. Ja. Der war dabei. Der ist aber irgendwann ausgestiegen. Aber der andere, der war auch so halb Fame. Genau. Der hatte so ein bekanntes jugendliches Fame-Gesicht. Ja. Auf jeden Fall war das ganz geil. Die Serie die Sliders. Die Serie die Sliders. Die erste Staffel vielleicht. Und es ging halt darum, dass die so ein Gerät haben. Und damit sind die in eine Parallelwelt geslidet. Und dann sind sie aber nicht mehr zurückgekommen. Ja. Und seitdem sliden sie durch Millionen verschiedener Welten jede Folge eine neue Welt, wo es darum geht, dass sie da rumsliden. Und es ist ein bisschen anders als zu Hause. Und sie hoffen immer, dass sie nach Hause kommen. Jeder ist immer berühmt oder ein Krimineller oder irgendwas. Und dann merken sie, hier wimmelt es von Fischmenschen. Oh. Scheiße. Um die Geschichte ... Oh, nee, schon zu Ende. Scheiße. Oh. Der ist wirklich besser als ein Endboss, der Typ, ey. Aber eines Tages haben wir ihn. Und das Geile ist, wenn wir dann sterben, müssen wir nichts mehr machen, außer ihn noch mal plattmachen. Die Leute sagen, wir sollen Vernunft siegen lassen. Ich weiß nicht genau. Vielleicht meinen sie damit, wir sind noch nicht stark genug. Vielleicht meinen sie wirklich, wir müssen. Aber du, ich glaube nicht, weil du hättest ihn eben schon zweimal wischen können. Also, wenn ich da jetzt gerade nicht einen Fehler gemacht hätte ... Genau. Ich hatte ihn ja fast zur Hälfte oder was? Ich hab's nicht mehr so in Erinnerung. Ja, aber du hast ihn zur Hälfte, das heißt, du könntest ihn auch ganz schaffen. Ja, aber klar. Ich finde, so kann man das eigentlich zusammenfassen. Einmal richtig gerollt und dann noch mal dreimal geschlagen, fertig. Ja. Das kriegen wir hin. Ja. Wir wachsen nur mit Niederlagen. Das ist einfach so. Und man muss, man braucht solche Momente, um besser zu werden. Und, ähm, offensichtlich sind wir noch nicht da, wo wir hin müssen. Und dann müssen wir es jetzt ein paar Mal machen und dann sind wir da. Und dann ... Oh. Naja. ... werden wir dann eben beim nächsten Spiel megageil sein. Mit das Ausholen? Der kriegt sich mit dem Ausholen. Das ist gefährlich. Hat wieder nicht geklappt. Ich versuch gerade mal so auszutesten, ne? Ich versuch jetzt nicht zu kämpfen. Naja, mach mal ruhig. Du kannst ja auch mal drauf achten. Schleif ... Oh, das war geil. Obwohl du unter seinem Bauch warst, hat ihm das ... Ja, okay. Okay. Das war nichts. Ey, vor ihn, man schleidet ... Man schleidet immer vor ihn. So, jetzt brauch ich ganz dringend mal ein bisschen Energie. Du brauchst mal happy, happy, mein Freund. Er aber auch. Okay, ich mach noch mal einen dritten. Alter, da kommt er mir. Der hätte voll gesessen jetzt, okay. Ja, jetzt hast du ihn. Scheiße. Man kann ihn auch nicht. Haben wir eigentlich mal überlegt, ihn zu beballern? Haben wir ihn nie probiert. Oh, shit. Oh, es ist so. War's schon? Oh, es war die 3er-Kombo des Todes. Ich nehm jetzt mal so eine Bestienblut-Tablette. Das Kleiden des jungen Simon. Ey, das ist richtig intellektueller Bloodborne-Humor hier. Ja, aber so ist das halt bei unserem Let's Play. Da versammelt sich die geistige Elite halt. Hä? Kennst du, äh, wie nennt man, ähm, die Intellektuellen bei, ähm, Ahlen? Geistige Elite. 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 Kleiner Scherz am Rande. Paul ist in der Regie. Oh, das ist mittlerweile automatisiert. Haben wir nicht ein Paul-Bot mittlerweile gebaut? Paul-Bot, ja. Wir arbeiten eigentlich für alle Mitarbeiter an Bots. Die warten immer auf Kommentare von dir. Und dann die Stille entscheidet, ob's ein Gag war. Und dann kommt automatisch der Paul-Bot. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das war nicht Paul, das war ein Bot. Komm her, du Riesen. So, jetzt konzentrier dich. Ey, Leute, lasst mal kurz den Mann hier. Nein, macht eure Arbeit. Das war nur für Show. Alter, du hast ihn fast. Er will abhauen. Nö, nö, nö. Ah! Das war klar, ich wusste, dass es geschieht. Im Dreiteufelsnamen. Mach ihn alle. Mach wenigstens einmal ihm. Oh! Er hat seinen Freund geholt. Und ich wusste, dass das irgendwann kommt. Aber du hättest es schaffen ... Du hättest ihm voll den Weg noch abschneiden können. Weil in dem Moment, wo er zurück will, ist er ja mega verbundbar. Das war super. Ich bin der Herr. Die wollten, dass ich in die Falle tappe. Und ich hab ihnen gefallen getan, das zu tun. Aber ich wollt ... So, Ede, wo sind denn hier die Leute, wo du einen beschwören kannst, damit wir das jetzt hier hinter uns kriegen? Du weißt es doch. Ihr seid kurz vorm Ende, wisst ihr das? Wir sind kurz vorm Ende? Also da, wo die zwei Typen da unten rumrennen, da ist nicht mehr so was. Nein, jetzt komm, du verarschst mich. Da ist das Ende? Das ist der DLC. Ach so, ja. Ja, und im Hauptspiel seid ihr ja auch schon relativ. Siehste, jetzt wollte ich Ede beeindrucken, bin direkt zum Gegner. Obwohl ich eigentlich ... Wir gehen an dem normalerweise vorbei. Siehste, bist du beeindruckend jetzt? Ja, ganz geil hab ich das, wie ich das gemacht hab. Nee, Ede. Das ist schon ganz geil, das Spiel, oder? Ey, warum stehst du hier eigentlich im Greenspan? Kann ich noch mal, Nils? Kann ich bitte noch ... Während der Ede da ist, auch mal den Endgegner machen. Ja, mach, probier. Ist okay. Nein, ist so gut. Ede, hast du irgendwelche Tipps gegen diesen Typen? Gibt's da irgendeine Geheimwaffe? Die zwei da unten? Ja. Äh, ich glaub, ich hab die nie gemacht. Ernsthaft? Die sind, ähm, richtige Fucker. Ja, aber wir sind richtige Fucker auch. Wir fucken zurück. Wir fucken zurück. Wir fucken zurück. Wir fucken nicht lange. Weiß es nicht, ist alles schon so lange her. Na gut, aber ... Aber ich weiß auch, dass das richtig ne miese Stelle ist. Ja, die Leute freuen sich auch schon. Aber interessant zu wissen, wie weit wir sind. Ja, lustig, wie du das Pet hältst. Ja, das ist jetzt nur, damit ich hier nicht, äh, mich nicht verlaufe. Hä? Äh, äh ... Das hab ich auch nicht deine Hand gelöst. Damit ich die Kamera ... Das mach ich ja nur, damit ich die Kamera, äh, bewegen kann. Damit die Zuschauer das auch sehen. Und ich auch. So. Ja, das ist richtig mies hier. Ja, das ist richtig mies hier. Ja, was macht das? Man kommt aber auch von einer anderen Stelle noch. Da kann man so von oben runterballern. Vorsicht. Ich dachte, diesmal rutschte nicht in ihn rein. Egal, was man noch ... Es ist irgendwie ... Es trifft einen doch immer. Ja, das sind die Comments. Wieso denn noch mal einen? Weil der kleine Fitzel wichtig ist. Von da oben kann man kommen. Da ist auch dann der Weg zum ... Ich seh's, ja. Vorsicht, Vorsicht. Okay. Ich seh nicht mal was. Was passiert hier? Du lebst noch. Du lebst. Du lebst. Ja. Das ist mittlerweile auf plus zehn eigentlich gespielt. Nee, brauchen wir nicht. Nee, auf neun, wir brauchen ... Nee, kam nicht hier. Ihr seid ja an dem finalen Kristall schon zehnmal vorbei. Haben wir mitgekriegt, aber wo es sein soll ... Bei dem Schwein, ich weiß aber auch ... Ihr müsst da aus dem Aufzug rausspringen in so ein Fenster. Vorsicht. Oh, dieser geile Golfi. Der hält aber auch was aus, ne? Ja, aber wir sind auch geil. Ja. Du hattest noch die Blutabette, oder? Ich hab die DLC im NG Plus auch noch gemacht. Ja, du machst stärker, ne? Ja, du bist schon ganz schön cool. Aber ... Das fällt mir auch gerade auf. Fällt euch das auf? Ja. Pass, ich ... Wie süffen Sie mich ... Nimm dir doch sonst ... Ähm ... Den orangenen Hocker da. Ich muss es doch ... Zum Dreh. Ach so, wo ... Ja? Au. Ah. Zum Glück. Ähm, was machst du? Was drehst du denn jetzt? Mein Arschgeballseh. Ah, da ist das Tattoo, das neue Arschgeball-Tattoo. Ja, das neue Nice. Oder was ist die Raketenbohne? Was ist denn? Hat der Vote entschieden? Oder wissen wir noch nicht? Ja, das ist ... Er hat sich so Kieser-Tape eintätowiert, Weil er dachte, dass das dann Dauerhaft ist. Das sieht doch immer aus wie ein Sportler. Ja. Ja. Wie Sportler spielen. Das ist das Geilte, die die Kieser-Tape auftätowieren lässt, damit du irgendwie fit wächst. Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. Ach Gott. Ey, es macht mich fällig, dieses Scheiß-Spiel. Nee, wir bumsen nicht. Schwänzelchen entfernt. Ja, das ist ... Manche haben das, ne? Du musst das entfernen lassen. Ah. Da ... Oh, so musst du mehr machen. Voll durchziehen. Ja. Ey, wie ich ihn ... Gut. Geduld. Und jetzt hinterher. Er haut jetzt ab. Hinterher. Nee, warte, ich mach's was anders. Okay. Aber eh keine Chance. Chance. Energie. Ist die Leiter. Ah, du gesichtiges ... Da, la, 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 la. Oh, meine Liebe! Und ... Jetzt machen die auch noch beide diesen Bauchplatscher. Die halten sich für die größten Motherfucker. Aber wir schaffen die. Oder? Also, wir machen das jetzt so ... Den einen haben wir ja im Prinzip jetzt schon in die Flucht gejagt. Wärst du in dem Moment wirklich vor und hättest noch mal ein, zwei Kürze ... Ja. Ich glaub, du hättest ihn noch erwischt, bevor der andere kommt. Ja, das hätte sein können. Ich hätte ihn stellen müssen. Aber dieses Aufladen, Alter. Ich hätte ihn nicht weg ... Das haut richtig rein. Hattest du die Blühtabletten benutzt? Nein. Weil du hast trotzdem irgendwie 1700 Schaden gemacht. Das hat mega reingezwirbelt. Man müsste vielleicht auch noch mal überlegen, ob man die nicht stunnen kann. Wenn du gegen zwei kämpfst, vielleicht kannst du einen stunnen und dann ... Vielleicht müssen wir dafür vorher auf Stundesamt und eine Genehmigung holen. ... ... ... ... ... ... Tschüss. Kommt noch so eine einsame Hand. Ja! Der war zu lang. Oh, hast du gesehen? Wie schön ich aufgeladen hab. Das wär so toll geworden. Da ist er wieder. Er tobt und wütet. Schleitet. Was ist jetzt? Okay. Man sieht nichts. Aber gut, ich will jetzt auch nicht meckern. Aber es ist wirklich schwer, weil man allerdings sieht ... Ja, aber du machst das sehr gut. Du hast zwei Slides überlebt. Das ist schon mal mehr, als ich bei Budis PowerPoint-Präsentation überlebte. Nils, was ist mit dir los? Ah. Oh ja! Das war Glück, ne? Ja, ja, ja. Hau ab! Dass das noch geklappt hat, hätte ich nicht gedacht. Nicht die Dinger essen nicht jetzt. Du hast ... Wie viel hast du denn von denen gegessen? Ich weiß es nicht. Eine? Drei oder so. Man kann nur eine, man kann nur eine essen immer. Man kann die nicht, oder? Ah, toll. Ah, kacke. Er ist kurz vor dem Flüchten, ne? Mhm. Dann bring ich ihn jetzt mal hier in die Ecke. Und mach ihn hier ... Also, versuche hier weiter gegen ihn zu kämpfen. Klai! Ja, jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn. Ach, shit. Er hat mich, ey. Ja, ja, ja. Aber hinterher, wenn er gleich abhaut. Ja, jetzt haut er ab. Hinterher, hinterher. Wo haben sie ihn noch? Schnell. Ja, jetzt ... Ja, Weidegriff! Weidegriff! Nein, ich hab ihn! Nein! Ja, einmal noch und jetzt ... One on one! Ja, Vorsicht! Jetzt one on one! Hau ab! Ja, 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 ja! Geil, geil, geil! Okay, okay. Der ist kleiner und dümmer. Den kriegst du. Der hat auch keinen Anker. Der hat keinen Anker! Ja! Das ist noch einer wieder oben jetzt. So ein Loser-High. Yes! Okay, den haben wir. Schnitt. Nein! Nein! Nicht jetzt! Nicht essen! Aber du lebst ... Du kannst mich jetzt nicht essen! Du wirst es überleben! Yes! Oh, wie nice! Oh! Oh! Komm ran! Komm ran, mein Junge! Wenn du wissen willst, wie du in Bloodborne siegst, dann halt jetzt deine Hand an den Bildschirmen! Jetzt hab ich dir meine Power gegeben, jetzt bin ich leider wieder schlecht. Aber die Power, die ist jetzt bei dir. Sehr, sehr gut. Oh, ich muss mir kurz, ich muss mir kurz in die Hose fassen. Einmal. Dann werde ich den mal hier looten. Aha. Rakuyo. Wenn das nicht mal eine Waffe ist. Du willst jetzt aber schon ein bisschen weiterspielen, oder? Nein, du spielst du weiterspielen. Ich will dich doch mal belassen. Ach so. Ich find das gut so. Das war im Grunde wie ein Endgegner. Da gehen wir immer ab. Ich check das grad nicht. Okay, äh, was? Physischer Angriff? Ja, aber das war auch hervorragend. Ist das eine Waffe? Alter, von Maria! Oh, ein Trickscheid. Er nährt sich nicht von Blut, sondern er fordert großes Geschick. Obwohl sie seine entfernte Verwandte der Königin beeinflusst, aber verließe irgendwie Miss Rakuyo und warf erst an einen dunklen Brunnen, als sie seine Gegenwart nicht mehr ertragen konnte. Ist schwierig, das und die Säge. Sind beides Waffen, die wir gern noch mal ... Ich will noch nicht beenden, bevor wir die nicht wenigstens mal in ihrer Gänze einmal ausprobiert haben. Find ich schon. Ja, warte mal. Hab ich das nicht ausgerüstet? Ah nee. Doch, ich hab's ausgerüstet. Ja, jetzt. Oh, laut dem Lore hat Maria diese Waffe in den Brunnen geworfen. Womit kämpft sie dann? Ist ja voll schnell. Na, mit der nächsten. Mit der Bezel-Klinge. Ach, das ist hier so das Doppelding. Kannst du nicht aufladen? Okay. Die hat bestimmt einige krasse Angriffe, so Kombos und so. Okay, das ist wahrscheinlich auch eine Waffe für dich, ne? Ich muss sagen, ich find sie auch nice. Gerade deswegen. Oh, nee. Also, die hat ... Wie sieht die genau aus? Die hat quasi hinten ... Das ist wie so ein Doppelsperr, ne? Ja. Nur, dass es eigentlich zwei Schwerter sind. Warum gibt's so was in ... Ach, vielleicht gibt's das in irgendwelchen asiatischen Kampffilmen, aber solche interessanteren Schwertervarianten siehst du sonst nie in Filmen? Ja. So das große da auch nicht. Na gut, dann geh ich hier wieder hoch. Okay! Ach so, warte mal. Bevor ich da jetzt hochgehe, ne? Ach ja, stimmt. Ja, ey, du musst auch nicht hoch jetzt mit ... Also, wenn du jetzt stirbst, weil sie sich noch ein bisschen unter, dann kannst du gern noch mal. Ja ... Weil du steigst da raus und du wirst direkt belagert. Ich bin eigentlich gar nicht dran. Deswegen mein ich ja. Ich sag, wenn du jetzt stirbst, darfst du gern noch mal. Siehst du, deswegen? Genau deswegen! Die denken, ich bin tot! Aber noch lebe ich. Nice! Der lebt. Hätte ich nicht gedacht. Uhuhu! Ich bin lebenkrank. So! Haha! Weg, weg! Weg, weg! Uuhuhuhu! Geh wieder runter! Geh wieder runter! Geh wieder runter! Ihr Loser! Alter! Ganzes Football-Team, Alter! Jetzt, ah, da ist ja noch einer! Ihr könnt mich alle mal die Füße fassen, ey! Wir sind noch mehr Gegner. Ich trigger einfach alle, die hier leben. Alle, die hier leben. Das war jetzt so ein richtiger Simon-Run. Aber jetzt musst du die noch legen. Alter, wie ist der denn? Oh! Ey, wie? Ich hatte den noch erwischt! Wieso hab ich den denn nicht erwischt? Die, du darfst noch mal. Ja, das war doch wirklich scheiße. Ja, aber das war jetzt wirklich scheiße. Boah, ich hätte die gern einfach ... Ich hätt's gern noch mal mit denen aufgenommen. Von da oben, so ganz in Ruhe. Aber das war schon echt lustig. Wie viel waren das denn? Das waren locker zehn. Alle. Aber dass der mich dann erwischt, weißt du? Ich find's auch schade, du hast die grade unten gelegt. Die müssen doch so ein bisschen Respekt auch haben. Ja. Es wär schön, wenn die so ehrfürchtig vor dir so ein bisschen weggehen würden. Weichen würden, ja. Zumindest für dieses Leben. Dieses eine Leben, haben wir mal ein bisschen Respekt verdient. Das find ich auch so. Ich geh jetzt da oben einfach weiter. Ich lauf jetzt hier an denen vorbei. Okay. So, jetzt haben wir ja die Klingen bekommen. Viel mehr ist da unten nicht. Linge, linge, linge. So. Immer mit der Ruhe. So. Ne, da haben wir glaub ich jetzt soweit alles gemacht und jetzt müssen wir hier hoch. Oh! 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 Ja. Immer wieder neue Variationen von denen. Aber die werden auch echt nicht schöner. Das kann man wirklich mal loben, die ganzen Variationen an Gegnern. Also, wenige Spieler haben so ne dicke Auswahl, find ich. Ja. Und hier ist kein einziger Gegner lame. Man könnte sagen, die mit dem Mantel. Aber die sind gerade extra dadurch halt so geil. Nee, eben. Alter. Vorsicht. Voll Velociraptor mäßig hier. Ja. War da wieder... Die alte Hexe, ey. Die mag ich gar nicht leiden. Ach was, jetzt auf einmal werft ihr nach mir was. Und wo haben wir einen zweiten Speer her? Ja, aus ihrem Popo gezogen halt. Na gut. Na gut, Homeboys. Dann schauen wir uns hier erstmal um. Was hier so... Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Nebelwesen. Was ist denn mit euch eigentlich los? Habt ihr keine Heimat? Ah! Simon! Nee, ich weiß nicht. Ich guck einfach fasziniert zu und hoffe, dass du es schaffst. Aber ich glaube, es ist schon so spät. Scheiße. Ja, shit. Ja gut, das war jetzt ein bisschen dumm. Den ersten bin ich noch gekonnt ausgewichten. In jede Richtung. Nur Ärger. Und dann, ähm, kam mir da dieser kleine Kindlchen hinterher. Ja, das war dumm. Hm. Was ist eigentlich mit dem Typen, der am Anfang da rumlief? Mit dem haben wir uns dann doch nicht mehr unterhalten. Äh, stimmt. Oh, weil grade gefragt wird hier, spielt ihr auch Sekiro? Shit, do stay do I? Wir können sagen, dass demnächst bei uns mal die Demo-Version gespielt wird, oder? Die auf Messen gespielt wurde. Die haben wir demnächst mal, bekommen wir die. Ja. Und die wird irgendwer spielen. Genau. Nils wird auf jeden Fall auch dabei sein. Ja. Und ich bin wahrscheinlich im Urlaub. Und also so, wer final Sekiro bei uns spielt, haben wir immer noch nicht entschieden. Nee. Da haben wir auch nicht drüber gesprochen. Es gibt ja echt einen großen Kandidatenkreis. Natürlich die ursprüngliche, ähm, Crew um, äh, Eddy, Colin, äh, Dennis. Die haben sicherlich ... Aber Simon und ich haben auch Bock. Wir müssen uns nur einigen. Zu viele Leute haben zu viel Bock. Ja, das ist natürlich ein Problem, ne? Zu viele Leute mit zu viel Bock. Oh ne Mann. Oh. Ey, der soll mal aufhören hier. Ja, ich merk's schon. Du machst das gleich wie ich grade. Ich dachte nur, einen Schritt zurück kann ja nicht schaden. Okay, hier ... Oh na, hier sind ja auch wieder so viele. Ich find die aber geil, weil die haben so einen Kamm wie so ein Dinosaurier. Wie der ... Wie heißt der? Ephatosaurus oder so heißt der, glaub ich. Ja. Der Ephatosaurus, der hatte so einen Rückenkamm. Und die machen den so hoch, ne, wenn er schreit immer. Nee, 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 so ein ... Nee, nee, so ein ... Genau, und dann gab's noch so einen anderen Dinosaurier, und zwar der ... Wie ist der da nochmal? Gigantosaurus oder so? So ein großer Fleischfresser. Der hat ja auch noch so ein kleiner. Und das find ich ganz geil, weil die Evolution von den Viechern, das ist schon irgendwie nice, dass ... Die sehen halt auch so glatt und fischig, aber auch fertig aus. Die anderen sahen alle so ein bisschen aus, als wenn die verkommen wären. Weißt du, was ich mein? Ja. Und die sehen fast so aus, als wenn die Evolution sozusagen hier so abgeschlossen wäre bei denen. Ja, die haben was ... Ja, ja, die sehen irgendwie wie ... Ja. Der perfekte Organismus aus. Spinosaurus hieß der genau, ja. Spinosaurus. Ey, was man als Kind Dinosaurier feiert, ist auch nicht mehr ... Jedes Kind feiert Dinosaurier, weil das auch so krass ist. Das sind so Riesenmonster, die wirklich mal existiert haben. Alter. Als Kind kann man sich da so geil reinsteigern. Ich hab ... Mein Sohn, der ist ja echt noch klein. Und ich hab dem ... Meine alten ... Ich war bei meinen Eltern auf dem Dachboden und die haben noch meine alten Dinosaurier gehabt, ne? Und der steht grad so auf Dinos, weil er irgendwie ein Buch hatte. Lass ich das mal machen. Okay. Weil er ein Dinosaurier-Buch irgendwie hat oder so ein Stand da voll auf Dinos. Dann hab ich ihm meine alten Dinos geschenkt, ne? Der, die diese Dinos liebt, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Jeden Tag spielen wir. Und die sind Dinos. Ah! Ich wusste grad nicht mehr ... Das ist so plötzlich schwer geworden. Ich dachte, ja, okay, hier kommt jetzt wieder ein Gegner und plötzlich ... Ähm ... Ja, scheiß mal, ich bin zu unaufmerksam. Also, wir sind so ein bisschen Post-Boss-Depression. Post-Boss-Syndrom, ja. Das ist wirklich so. Wir sind ein bisschen nach, egal. Gucken wir mal in die Richtung. Nein. Es ist immer ... Schwierig. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt. Was ich am liebsten machen würde, wenn ich ehrlich bin, wäre ein ... Aber wir werden's so nicht machen, aber es wäre mein Wunsch, dass wir ein Vote haben, wer halt irgendwie die geilste Kombo ist an ... Wer halt gut wäre, ne, für Sekiro. Und vielleicht noch ein zweites Team dann. Und beide Teams spielen. Das fänd ich geil. Ist ein bisschen Over-the-Top vielleicht auch, muss nicht sein, aber ich würd's gerne sehen. Boah. Ja. Naja, ähm ... Es gibt viele Ideen, ne? Ja, ja. Wir denken uns irgendwas ... Nices werden wir uns schon noch ausdenken. Auf jeden Fall. Mir ist halt wichtig, dass man sich nicht die Atmosphäre oder so des Spiels kaputt macht, indem man das Gefühl hat, man muss irgendwie jetzt hetzen oder so. Nein. Sondern, dass man, ähm ... Ja, man soll nach seiner eigenen Zeit spielen können. Genau, irgendwie so. Zum Beispiel stehen wir vor, wenn man jetzt Blatt bohren würde, hätten wir so gemacht, zwei Teams, und dann ging's so, wär schneller oder so. Von dieser Atmosphäre kriegst du ja nix mit. Ja, ich denk, man kann ja auch mal ein bisschen ... Man kann ja die Rezeptur auch ein bisschen aufmixen. Nee, ist doch grundsätzlich ... Also, ich würd's mal, also nur als Beispiel Couch on Couch, wo man so die ersten vier Stunden und dann guckt, wer am weitesten kommt, oder wer am meisten Bosse legt, oder wer zuerst vier Bosse legt, irgend so ne gewisse Regel, wo sich alle dran halten können, das wär schon lustig. Nur für den Anfang. Zum Teasing. Naja. Wir haben, wie gesagt, ganz viele Ideen. Aber was wir am Ende machen, irgendwas werden wir schon machen. Ähm ... Sind wir ein Stück näher, oder muss ich jetzt auch ruhig warten? Oder das ist ne gute Idee. Ein Team, das blind spielt, ein Team, das auch privat spielt, weil so wird's wahrscheinlich auch sein. Wir werden Leute haben, die's blind spielen hier, und wir werden Leute haben, die's privat ohnehin zu Hause spielen. Wollen auch. Da könnte man ganz gut ... Ja. Und die ... Jetzt völlig absurd, diese Sachen dann noch zusammen mixen, in einem Video. Also du hast die beiden Teams, sind an ähnlichen Stellen, das zusammengeschnitten, die Noobs und die mit Erfahrung. Hast du so ein bisschen Fachwissen, aber auch ein bisschen dieses Noobische, was man ja auch mag. Naja. Mach du mal. Im alten Afrika. Achtung, kenn den Typen noch mal oben jetzt. Der geht nämlich auch furchtbar auf den Sack. Aus genau dem Grund. Ey, weißt du, was ich grade für'n Fehler gemacht hab? Ich seh diese Einblendung und denk, ich bin tot. Oh. Nimm die Finger vom Pad. Nein. Und dabei waren das die fucking Blutechos. Das waren die Blutechos, ja. Und ich hab immer ne Ausrede, weshalb ich sterbe. Ist das nicht geil? Es liegt ja auch immer an irgendwas. Es ist ja nicht so, als ob du ohne Grund stirbst. Ich schicke mir jetzt. Scheiße. Du bist aber genauso nervös, also nicht nervös, sondern du bist genauso jetzt auch so larifari wie ich, ne? Normalerweise würdest du auch viel besser spielen. Ich würd nicht so oft das Pad haben, wenn ich so oft sterbe wie jetzt. Ah. Aber wir führen ja auch wieder, es ist ja auch eine sehr dialoglastige Folge. Ähm. Es gibt ja Folgen, wo man sich mehr darauf konzentriert, jetzt den Gegner zu besiegen. Und dann gibt's ja Folgen, wo man unterhält sich ein bisschen. Da ist der Talkschirm. Ja. Und das ist jetzt grad so ein bisschen so, ich find's aber auch ganz spannend, es gibt solche und solche Folgen. Wir sind eh bald durch. Leute, genießt die letzten Folgen Bloodborne, weil wir sind bald durch. Nach allem, was uns hier erzählt wird. So. Ach, hier hätte man jetzt auch den Rückenschlag machen können, oder? Aber der hatte noch was. Wär's zu viel verlangt, in künftigen Spielen, dass das automatisch eingesammelt wird? Oder gibt's auch Gründe, warum man was nicht einsammeln sollte? Oder, also, sei das jetzt auch für ein Spiel wie Dark Souls, äh, wie Soul Spawn und so zu viel verlangt, aber wer doch eigentlich ... Muss ich immer drücken? Kann das nicht einfach automatisch ... Ich weiß, was du meinst, ja. Ich überleg grad, ob ich das besser fände. Weil, oder ob ich das so eigentlich ganz atmosphärisch finde, weil ... Weil man das Gefühl hat, das ist fast noch mehr wert. Irgendwie, wenn man den noch einsammelt. Ja, sicher hat's psychologisch irgendwie ne ... Ach, was ist ... Ah! Das ist doch richtig kacke grade. So, jetzt mal gucken. Die, die holen wir jetzt auch. Die Leute ... Da waren wir doch schon überall. Also, wir haben ja heute ne Chat-Folge, zumindest bis jetzt. Wir haben den Chat ein bisschen offen, so, weil ... Eigentlich spielen wir ja meistens ohne Chat. Versuchen wir zumindest. Hat sich als die bessere Variante herausgestellt, einfach, weil wir dann die Welt quasi aus der Dunkelheit erkunden können und nicht irgendwie gespoilt werden oder so was. Ähm, jetzt, heute haben wir ihn noch ein bisschen offen. Ist auch mal ganz schön, ein bisschen quatschen zu können. Aber Leute, es schreiben halt auch wirklich alle, dass der letzte Boss im DLC oder im Spiel, ich weiß jetzt gar nicht, megastark sein soll und wir daran verzweifeln. Ich höre das aber jetzt zu jedem Boss. Wir hören's nicht zu jedem Boss, aber ... Ist egal welcher, schon beim ersten fick's an irgendwie. Ja. Äh. Das war bei Demon's Souls auch schon irgendwie so. Da war's beim letzten Boss wirklich so, aber da waren wir natürlich auch als ... Das war ... Das wird sich nie wiederholen. Genau, da waren wir als Charakter halt auch ... Oh nee. Nein, noch einer. Sag mal, das ist ja wirklich ... Boah, das ist ja so krass, dass einer ... Ich rechne nicht damit. Das ist original der Typ, mit dem wir gerade eine halbe Stunde gekämpft haben. Der ist einfach casual da oben am Baum, als wenn er einer von tausend Typen wären, die da rumwuchteln. Ja, aber jetzt, wir wissen ja, er ist machbar. Aber wichtig ist dieser Totenkopf, Hoshi. Könnte man den nicht von unten ... Hier mit dem Molotow-Cocktail zum Beispiel. Könnte man nicht von unten einen hochwerfen? Ja. Der geht mir so auf die Eier! Vielleicht ist das aber so, wie du's grad gemacht hast, und dann direkt runterspringen. Jetzt geht's Blattbon erst so richtig los. Das ist wirklich ... Das sagen sie alle. Geht erst so richtig los, kurz vorm allerletzten Endgegner. Ah ... Nein, wir glauben auch, dass der Endgegner hart wird. Ich mein, das erwarte ich ja irgendwie auch. Aber ich fühl mich eigentlich recht stark. Also ich ... Nein, wir beide fühlen uns eigentlich relativ gewappnet. Sagen wir's nur so. Und wenn's zwei Stunden dauert, dann dauert's halt zwei Stunden. Oh ... Lassen wir mal hier liegen, ne, falls ich gleich was brauche. Oh. Das fiese hier ist, dass man sehr schnell überwältigt wird. Das fängt mit einem an, dann kommt noch einer, dann kommt so ein Renner noch, dann stunnt er einen und plötzlich sind vier Gegner um einen rum. Zack. Ich heil mich mal und dann nehm ich mir mal hier diese Ohrne da hinten. Der Gesicht, die Frisur, die Krone, das ist super. Er ist Willbald, er ist einfach Willbald. Aus dem Geschlecht der Willbalds. Aus dem Geschlecht der Willbalds. Wir haben übrigens, da kann ich kurz was sagen, weil wir zeigen hier nicht immer Dinge, die ihr uns auch schickt. Wir zeigen, auch weil das euch natürlich dazu animiert, uns noch mehr zu schicken. Zum ersten Mal danke auch für die ganzen Pakete, die wir bekommen haben, auch wenn wir nicht alle hier auspacken. Auch danke, insbesondere eines der Pakete hatte ganz viele Zeichnungen von Willbald und Co. Ich hoffe, ich werde dazu kommen, sie nächstes Mal auch mal mitzubringen. Ähm, vielen Dank, die hängen hier auf jeden Fall. Jeder, der hier ne Führung macht bei Rocket Beans, wird sie sehen. Also, sie sind nicht umsonst gemalt worden. Kommt dir keiner an die? Ja, der will nicht. Ich hab ja so ein Bestienblut dahin geschmissen. So ein Cocktail. Mal ein bisschen was ausprobieren. Okay, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Das könnte klappen, ne? Einfach mal einen Stein in die... Wer fühlt sich davon nicht angegriffen? Oh, Achtung, die toten Köpfe. Mal ein bisschen easy jetzt hier. So, hier wird ja wohl Feierabend sein für euch, ne? Ja. Ich versuche einmal rein und dann haue ich die ab. Ja, sehr gut. Ah! Oh ja, du machst das. Immer so ein Hechter. Ja, ja. Jetzt ist halt der schon mal weg. Jetzt könnte ich der hochlaufen. Überlege mal, ob du nicht mit dem schweren... Genau. Und schnell hochkillen. Ja, und dann runter. Wieder runter. Schnell. Sehr gut, sehr gut. Effekt. Kack. Dann wirklich derselbe. Weiter. Ja. 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 Geduld. Oh Mann, ey, ich hätt's dir so gegönnt. Ich mir auch. Ah, du hätt's dir nur... Du warst nur ein bisschen ungeduldig. Ungeduldig. Ja, ich war ungeduldig. Ungeduld. Oh. Äh, apropos Geduld, ne. Doch, ja. Gedulden müsst ihr euch. Denn jetzt kurz Werbung. Ja, wenn ich das richtig deute, da die Zeit. Wir sind gleich wieder hier. Dann werde ich die Seelen holen und dann, weiß ich nicht, gehen wir weiter diesen Weg, den wir leider angefangen haben. Wir gehen diesen Weg. Ja. Dieser Weg wird kein leichtes sein. Na, na, na. Dieser Weg ist schwierig und schwer. Dieser Weg... Jetzt mach doch mal die blöde Werbung hier hin, weg von dem Zoom-Controller. Plop, 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 plop. Wenn ich jetzt hier diesen Button drücke, dann ist das, wie wenn ich eine Maschine starte. Und damit meine ich nicht mich, sondern ich meine das Drecksmonster, was grade auf mich zustürmt. Ähm. Und dann geht's direkt los. Ich hab nämlich schon vorgekämpft. Aber das Monster ist noch da mit dem Anker, der Anchorman. Okay? Bist du bereit? Ja. Darf ich mir was fragen? Immer. Warum? Was denn? Jetzt hab ich Angst. Du guckst hier grade, guckst du auf den Chat oder guckst auf die... Neueste Trophäe. Ach da unten. Ja, wir können mal gar... Soll ich mal runtergucken? Mich wundert das. Das ist... Die Top-Trophäe. Die Top-Trophäe. Lawrence, der erste Ficker. Sehr selten. Sehr selten. Am 26.2. 13.02. Ernst Lorne der erste VK war. Aber nur Bronze. Und da rechts steht nämlich Neueste Trophäe. Weisenknabe von Koss. Und ich frag mich grade, haben wir einen gemacht? Der Weisenknabe von... Ach schon, siehst du, wie wir hier... Oder sind das zwei verschiedene... Ich check's grad nicht. Ne, ich denk, weil's zwei verschiedene Dinger sind, ja. Weisenknabe von Koss. Das hier, haben wir Silber. Haben wir das gemacht? Sehr selten. Erhalten. Zehnter, Dritter. Besiege den großartigen Weisenknabe. Ist das heute? Wir haben noch nicht. März. Ja. Ach so. Okay, ich dachte grad, hä? Was ist denn los? Wer ist dieser Weisenknabe von Koss? Ich drücke? Ja. Ich wunderte mich grade, hä? 2016. War das das Let's Play von den anderen Hanseln dann vielleicht? Das erklärt, warum's nur Silber ist. So, da steht er. Er kommt. Angeslidet. Ah ja, du hast dich da schon hinge... Ja, ich dachte, dass das hier ganz gut ist. Hack! Ja. Oh. Oh. Ah! Vorsicht, da sind noch andere Typen, ne? Die will ich auch nicht wecken, ne. Der ist wütend. Sollen wir ihm sagen, dass wir seine Freunde alle gemeuchelt haben? Das weiß er. Ach so. Der hat E-Mail. Die haben ne WhatsApp-Gruppe und da meldet sich keiner mehr. Kann ich den nicht hier irgendwie cheesen? Ich hasse ihn so sehr, dass ich ihn cheesen möchte. Aber du machst das doch supergut! Hack! Ja, der kann doch nix! Und ... Damn! Damn, ja, gleich hast du ihn. Vorsicht! Nein! Nein, nein! Oh, wie schnell ging das denn jetzt? Ich wollte wegen den falschen Hechten! Ah! Lustig wegen Hecht, oder? Ich war doch schon da, warum ... Erst drücke ich den falschen Button. Und dann ... Nochmal. 261 Tode. Und keiner davon war verdient. Alle waren durch Pech oder Controller Malfunction. Ha! Ja. Glitches! Ja, nicht noch mal. Aber das ist kein Problem. Hack! Hack! Wir haben mittlerweile an Seelen, hier hat sich einiges. Wir können ein Level kriegen ja dadurch mittlerweile. Ja. Wichtiger ist mir, dass die alle aber von meinem Schwert kosten können. Dass die Leute so ein Problem haben, wenn man R2 drückt. Bei dem hat's ja Schitz schon was gebracht. Aber man muss es natürlich im richtigen Moment machen. Und wenn man's aus Versehen anditscht, ist man im Arsch. Äh, aber ich find, R2 ist ein legitimer Button, der ja auch schließlich von den Entwicklern so eingebaut wurde. Alter! Hörst du auf? Und immer dieselbe Dreier-Kombo ist ja auch ein bisschen lame, ne? Ja, es kommt auf an, wer dabei ist. It's too hot for me. Hack! Haaa! Hack! Ja, mach! Oh! Hack! Haaa! Haaa! So, jetzt aber. Du bist fast da. Ich bin mega gut. So, jetzt die beiden Dödel-Männer noch hier. Kommt der Johnnies. Läuft da. Tack! Ah! Johnny! Und rolle zu Johnny! Du kriegst mich nicht zu schnell. Yeah! Naja, will bald cool sein. So. Einer ist da noch. Der beschmeißt mich. Hol ich mir erst mal den. R2 ist Lava. Ja gut, okay, dann kleb ich mir den R2-Button jetzt einfach ab. Also, ich benutze den aber auch ganz gerne, den R2-Button. Nee, eigentlich ganz sympathisch. Ja, weil's aber auch ... Das hat dieses Aufbauende. Es ist ja auch was Emotionales, dass du dich geil fühlst, wenn du diesen megastarken bis zum Ende durchgezogenen Schlag ... ... hinbekommst. Jetzt aber weg! Ey, der zweite Schlagbrinkchen ist immer in Trouble. Die wollen mich in Ruhe lassen. Hier gibt es ja immer noch welche von ... Die fehlen dann auch noch. Die sollen alle da ins Gewächs ab ... Ah! Da ist er! Auftritt ... Nasen, Hannes, Nasenklaus. Ohohohohohoh. Das ist meine Steiße. Hass ihn so sehr. Nimm noch einen, ja. Weg. Ich wollte! Ich hatte aus Versehen, hatte ich das nicht richtig gemacht. Jetzt langsam hab ich aber auch die Schnurze voll von diesem Dreck. Man will ihn eigentlich langsam weghaben. Aber das ist auch einfach nicht geil gemacht von mir. Die Ungeduld küsst mich. Sie hält mich in eine umarmung. Und ich sage zu ihr, nein, es ist die Lerche und nicht die Nachtigall. Und die Ungeduld sagt, nein, es ist die Nachtigall und nicht die Lerche. Nimm meine Umarmung an, als sei es ein... So ist es doch. Und hau endlich zu. Nimm er zwei, zweimal. So was, sagt die Lerche. So. Nun wird es gut. Denn es muss sein. Kack. Ah, das kriegt mich immer. Weil mein zieht es nicht ab. Jemand schreibt in den Chat, heute Abend gibt's Fischstäbchen. Und ich finde, das ist eine richtig gute Idee. Oder ich geh nochmal irgendwie zum Markt und hol mir wirklich so einen frischen Riesenfisch. Ich suche einen, der so aussieht wie der Endgegner. Und dann brate ich den und dann... Mache ich ihm noch so einen Anker in die Flosse. Ja, so richtig. Ich erst mal wirklich mit dem Anker, ich ess ihn mit dem Anker auf. Mit einem kleinen, statt einer Gabel, den kleinen Anker. Das ist eine sehr gute Idee, oder? Das muss ja unbedingt auch schlucken dann. Ja, so kleinen wie ein Schoko-Anker vielleicht. So. So, und weil ich nicht dumm bin, das mache ich nur einmal und haue dann ab. Die klingen wirklich wie Bienen. Vielleicht ist das symbolisch für das Bienensterben. Stimmt. Im Vorbeigehen. Vorsicht. Ja, geil, geil, geil. Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt kriegt die alte einen Anlass. Und tschüss. Und weglaufen. Hive, Fischmann. Eilt bereits hinter dir her. Ich höre ihn auch schon. Oh, er ist hinter dir. Oh, er hat sich nicht geplumpst. Hier ist aber nicht so gut zu sliden, weil hier ist nämlich, äh, nichts. Überall Wasser. Oh, guck mal hier, der Baum ist doch nicht ohne Grund. Der ist dafür da. Ein cheesy Baum. Ja, oder? Da hast du das Gefühl, hast du auch. Ja, das ist schon so ein cheesy Baum. Kann man hier R2 drücken und dann kann man nicht. Danke. Mann. Okay, ich warte mal auf den richtigen Moment. Ja, das ist, kann man dauernd. Shit. Wir fahren halt mitten in der Dreier-Kombo noch. Ach, komm, da fand ich ... Mann. Ey, weißt du, was ich jetzt mache? Ich vernichte dieses Dreckschwein jetzt. Wirklich, ich vernichte dich, ich vernichte dich. Ich vernichte dich so krass. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich beschmeiß dich mit der Ölurne und dann zünde ich dich an mit dem Molotov und dann guck ich dir dabei zu, wie du geräuchert bist und dann fress ich dich auf. So, hol jetzt wirklich die Ölurne raus. Ja? Ja, isst du. Voll in Ordnung und gern noch Bestienblühtablet. Mach einfach alles. So, pack erst Ölurne. Kaboom of love. Und jetzt, mein Spatz, wo bist du? Wo ist der richtig geile Mollo? Wir haben nie einen gekauft. Ich bin unzufrieden mit unserer Kaufsituation. Dann kauf ich so ein Verspätungsmollo. Da hast du aber immerhin. Zwei hast du. Komm, das könnte gehen. Ja, aber auch egal. So, Ölurne und Verspätung der Molotov. Ich schäme mir manchmal vor, der Verspätung der Molotov, der einfach so den Bus verpasst und der ist voll nervös. Oh, sorry. Oh, der Bus. Krieg ist vorbei, Molotov explodiert noch. Oh, sorry. Ich muss die Kinder noch zur Kita. Ah, hier ist wirklich gebrannt. Hack. Da ist auch der reptilienfressende Hund. Schnapp. Oh, nicht mit mir. So. Dahinter ist übrigens eine Lampe. Also wenn wir den Riesen schaffen, können wir schön abspeichern. Echt? Hast du das gerade im Chip gelesen? Ja. Ah, Hunden, die man wollte mich, äh, oh. Ja, da wollte ich gerade schießen. Ah. Sehr schön. Ich weiß doch, dass du da der Böse im Schiff bist und ihre komischen, guck mal, was die für eine, für so kleine Haken, wie so, wie so ein Gärtner, der, wie so ein Narzissum und Kretunien kümmern muss. So. Ich hau dich jetzt einfach. Hack. So. Das ist jetzt, da hinten ist jetzt noch einer. Das ist die Frage. Ein Schlag oder zwei Schlag? Risiko oder Chilikowski? Oh. Das Rollen war nicht gut. Doch. Megarolle. Rolle wie Frau Holle. So. Weil er ja sensationell gerollt ist. In der Rolle seines Lebens. Ah. Mein Freundchen. Gut. War doch gut. Bonanza. Nein. Keine Schreckensgeräusche. Ah, da ist der Ahlmann. Jetzt weiß ich endlich mal, wo der herkommt. Der kommt gar nicht von oben. Von rechts. Lauf. Nein. Nicht noch auf welche vier. Nö. Energie. Ja, erstmal weg. Oh. So. Urni. Urni. Urni und. Ja, ich bin's. Dein. Habe ich den geurnt? Nee, ne? Durch den her bin ich geurnt. Ich will das mal ausprobieren, ob er gut brennt. Ne, ich finde das, wir machen das eh zu selten. Okay, er ist nass. Jetzt muss er nur noch brennen. Wechseln, zu, genau. Später der Molotow. Ja, könnte klappen. Nein. Scheiße. Geh doch, warum bin, warum hab ich das gemacht? Warum bin ich so unfassbar dumm? Äh, ey, das, ey. Simon, der ist so, der ist nicht, ich weiß. Eigentlich nicht, eigentlich will ich nicht. Warum sind wir denn so jetzt? Ja, weil das so lange dauert, bis man zu ihm kommt. Dann ist man so schnell tot. Und natürlich ist es. Wer ruft mich an? Kennt ihr diese Nummer nicht? Wer wagt es jetzt anzurufen? Vielleicht, ja. Guten Tag, hier ist FromSoft. Ich sehe, sie haben Probleme mit unserem Spiel. Wenn FromSoft so was hätte wie eine Helpline, die würden einfach nur Morddrogen kriegen den ganzen Tag. Aber immerhin können wir schön auch farmen. Also, wir haben schon einiges immer wieder hier. Ei, komm, immer statt dem Angriff kommt das. Nötig. Für mich, oder? Gerade mitten im Schlagen gewesen. Na, wer kommt zuerst? Ah, sehr schön. Zip. Das sind die Blutechos. Das werden echt immer mehr. Irgendwann verlieren wir die. Nein. Schön. Schön. Ganz schön. Ja, gut, das war klar, ne? Das war klar, in dem Moment, als ich an dem Stein war. Na klar, was passiert. It was at this moment. I knew. I fucked up. But let's get back a few days. A few days earlier. Ich hab so keinen Bock mehr. Ich will jetzt aber nur noch ... Ich will eine MG kriegen. Ratatatatata. Wir haben schon so oft bewiesen, dass wir's können. Warum müssen wir noch weiterspielen? Ich hätte gern mal so einen Misch aus Dungeon Keeper und Bloodborne, wo man quasi Levels so baut wie dieses hier und so Gegner positioniert und man hat ein bestimmtes Budget. Der eine baut für den anderen. Ja, man hat ein bestimmtes Budget und der andere muss es halt in dieser Perspektive durchspielen. Wie Mario Maker nur mit solchen Inhalten hier. Das wär toll. Komisch, dass da noch keiner drauf gekommen ist eigentlich. Ich bin mir absolut sicher, das würde genauso abgehen wie Mario Maker. Die Leute würden Level machen, andere würden versuchen, sie zu schaffen. Das ist eine sehr gute Idee. Einfach der Dark Souls Maker oder Bloodborne Maker. Bloodborne Maker. Hammer. Ja, ist jetzt sehr gut, ey. Von den anderen Halungen hat er nix gedroppt. Ja, ist doch jetzt gut. Das müsste man eben. Fischi, Fischi. Mann, Mann, Mann. Ja, jetzt gibt doch mal Ruhe da hinten. Oh, das war ja doppelt, ne dreifache Niederlage. Gut, gut. Ich hänge. Oh nein, und er kommt auch. Okay, jetzt schaffst du's Energie. Denke, und dann schaffst du's. Dinge, die so schlecht anfangen. Ah, ich hab Angst, Timon, ich muss mich umdrehen. Also, alles cool. Ich weine hier. Aber jetzt mach ich dich platt. Aber jetzt mach ich dich platt. Komm her, du bist hässlich. Ich bin schön. Wollen wir zu mir nach Hause gehen? Ey, der hat auch meine ... Jetzt holst du's. Er hat meine Blutechos. Alter, wie kannst du denn an dem ... Am Boden Glitchi? Mach das, Nils. Ja, jetzt mach ich es. Ich freu mich schon. Du kannst, sie macht immer denselben Fehler, wie ein Noob. Weg, weg, weg. Timon, ich bin doch ... Hau ab, hua ab. Das war einfach schlecht gekämpft. Das war einfach wirklich schlecht von mir gekämpft. Ich hab mich nicht mit irgendwas ... Naja, manchmal ... Tötest du den Bären und manchmal ... Tötet er Bär dich. Ey, das ist wirklich ... Das macht mich zum Kotzen sauer. Das macht mich sehr wütend. Das ist nur einer. Wir haben eigentlich den Vorteil, dass wir irgendwie alles schon wissen. Ich sag's ja, wir brauchen das Plus-10-Schwert. Wir können auch an denen vorbeirennen. Chat sagt, vorbeirennen. Ist da nicht eine Lampe? Hast du nicht gesagt, da ist eine Lampe? Der Chat sagte, da wäre eine, ja. Aber was wäre das denn? Das können wir ja in elf Minuten noch. Kann man am Ende immer noch machen, um ein bisschen Erfolg zu haben. Aber jetzt, nee. Da bin ich auch für. Jetzt wollen wir den Fischmann platt machen. Wir kapitulieren nicht vor dem Fischmann. Haben wir schon einmal vor irgendwas kapituliert? Ja, ich glaub auch nicht. 666. Seht ihr, wer wir sind? Oh. Die ist so, die mag ich nicht. Unsympathisch. Oh, die Totenkämpfe. Nein. Sehr gut ausgewiesen. Als hättest du in deinem Leben noch nie etwas anderes getan. Oh, sie kommen hier. Die Totenkämpfe kommen angerollt. Sehr schön. Da ist noch diese. Die warte ich noch, ne? Die gebe ich mir auf, lieber. Da sind noch mehr Sachen, ne? Ja, aber du meintest ja auch, was ja sehr smart war, lieber aufheben für gleich. Das ist lustig, weil aufheben, das ist genau das Gegenteil von aufheben. Ist in dem Fall. Warum? Oh nein! Und weg, schnell weg! Ja! Ja! Okay. Da oben kann man auch mal drüber nachdenken, ne? Wenn man das... Darum kämpfen oder da oben suchen? Ja, vielleicht, wenn der unter einem langläuft, dass man sich dann jobben kann oder so. Äh, doch. Du hast das kleine Schwert ausgelöst. Ich will mal gucken, ob das nicht... ob man den stackern kann. Das ist... Ob man eben... Weiß dann? Ach, na super. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht einfach nur jetzt ohne jeglichen Schaden ausgeteilt zu haben. Ja, jetzt das... Das war so ein 360-Grad-Grad-Grad-Umschlag. Ich weiß nicht, ob er durch den Baum schlagen kann. Aber es ist gut, er hat schon einen 3-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad-Grad. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich hole jetzt die Pistole raus. Ja! Oder ich... Ja! Warum sind wir noch nicht mal auf die Idee gekommen? Ja? Ja, aber jetzt. Jetzt werde ich ihn einfach totschießen. Puh! Noch Fragen? Kann man den parieren? Chatty-Chat? Ich weiß es nicht. Äh, ich wette, man kann den parieren. Doch, der macht so... Weil der macht so Kram. Ich probiere jetzt mal was. Ich mache jetzt mal einen geilen Scheiß. Pass auf. Greed größer als Brain. Ja, das ist wahrscheinlich zu 90% unserer 265 Tode. Ich habe dir gesagt, wir sollen die Sendung nicht im Greedscreen aufzeichnen. Obwohl ich sie... Greedscreen. Wenn es ihn gäbe, das wäre lustig. Wie würde er funktionieren? Zack. 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 Alles... Man kann alle Gegner parieren, sagt der Chat. Nein, jetzt hör mal auf. Das ist ohne der deine Seelen. Das habe ich an seinen Augen erkannt. Ja, jetzt ist der gut, ey. Alle auf einen hoffen. Die dumme Hexe wieder. So. Die hier noch. Ich mache jetzt mal Champion Style. Okay? Bist du bereit für Champion Style? Alter, ich bin so bereit. Du machst das jetzt. Sechs Minuten. Das ist dein Kampf. Viel Spaß. Wessen Kampf? Dein Kampf. Vorsichtig jetzt. Ach so. Vorsichtig, wie ich antworte. Okay. Ich verstehe. Pass auf. Ich mache was. Etwas, was die Welt noch nie gesehen hat. Mega nice und scheißen. Okay. Ja. Ja. Niemand kann mich erreichen. Ich bin zu schnell. Zickzack, wie ein Kaninchen. Ja. Hat gut geklappt. Das war alle Fälle. Ich brauche all mein Glück. Mach das jetzt mehrfach. Pass auf. Du wirst dich umgucken. Da bleibt er hängen wie ein Trottel, Mann. Nein! Das gleiche, wie dir geschehen ist. Sehr schön. Und weg. Alter, in. Genau wie ich in dich rein drop, oder was? Pass auf, ich habe eine geile Idee, weil ich super, mega nice bin. Okay. Wo ist die Laterne, Simon? Naja, bisher heißt es nur, angeblich soll eine sein vielleicht hier im Haus. Da kommt er zumindest nicht rein. Da ist eine Laterne. Okay, jetzt können wir dabei nicht. Los, mach sie an! Ja, aber jetzt können wir ja wirklich easy filmen. Kommt der? Hallo, guck mal, du kriegst Besuch. Ja, egal. Entschuldigen Sie, wir haben Sie aber nicht eingeladen. Heute nur Stammgäste. Bitte keine Anker mitbringen. Können Sie bitte den Anker erstmal vorne. Was habe ich denn da gerade bekommen? Warum habe ich denn da gar nicht geschossen? Du hast meine Bugenklinge endlich bekommen. Die habe ich schon gesucht. Aber nee, aber wie... Ich habe keine Ahnung jetzt. Hä? War da ein Item oder was? Ich habe es gerade überhaupt nicht gesehen. Irgendwas war da zum Einsammeln. Okay, geil. Okay, das ist gut. Den schieße ich gleich. Oh, ist das ein Shortcut? Bitte. Würde ich nicht. Später. Warum bauen wir gar nicht? Wir haben ja die Lampe hier. Oh, das fühlt sich jetzt schon mal gut an. Du musst dir, glaube ich, den Kram gleich mal angucken. Ja, das ist eine gute Idee. Du hast irgendwen gekillt? NPC vom Viech gekillt? Irgendwas hier ist getötet worden. Nein, Nils hat Simon getötet. Er war im Leben. Simon ist tot. Na ja, Gott, das ist nicht schlimm. Als jemand, der auch Simon heißt, kann ich nur sagen, es gibt Schlimmeres als tot sein. Der Typ war das, ne? NPC getötet, war das der Typ? Der Wahlmann hat durch die Wand den Typ gekillt. Echt? Ja. Das ist ja geil. Okay. Das ist ja geil. Der arme Simon. Okay, was haben wir von dem bekommen jetzt? Das ging so schnell. Du hast irgendwas mit seinem Namen auch bekommen. Drei Sachen hast du insgesamt bekommen. Weißt du, wie der hieß? Ist der jetzt wirklich Simon oder was? Der hieß wirklich Simon, ja. Das ist ja lustig. Vielleicht hier, ja? Irgendein Schlüsselelement? Nee, weiter, weiter, weiter. Ach, das mit dieser Vorladung haben wir auch nie gemacht. Weil wir nicht wussten, wohin, ja. Aber wie viel Kram wir haben? Nichts. Nee. Machen wir weiter noch. Simons Bogenklinge. Das haben wir auf jeden Fall bekommen. Die Bevorzugte von Simon, einem der ersten Jäger der heilenden Kirche, den wir einfach mal getötet haben. Simon verachtet. No, no, no. Peng, peng. No, no, no. Doch abgesehen von einigen engen Freuden wurde Simon verspottet. Wenn man diesen einen Part mit der Waffe weglässt, dann wer würde sich den Besten schon mit einem armseligen Bogen entgegenstellen? Naja, ein Bogen ist doch ehrlich gesagt ganz schön geil. Ich finde auch. Die macht richtig fiese Wunden, weil die öffnet die Wunde so extrem. Und wenn du dann noch rumdrehst, Ende. Aber die haben wir nicht hier, ne? Evelyn ist jetzt, die hatten wir vorher schon, ne? Vor allem das ist, glaube ich, eine Arterial Weapon. Die ist dafür da, die Arterien durchzuschneiden. Die ist nicht so gut beim Stechen. Aber es kann wunderschön, ich habe Polar gesehen am Wochenende, Bringt an der Schulklasse bei, was der Unterschied ist zwischen Arterienwaffen und normalen Waffen. Und dieser Film ist aber völlig normal. Also, es wird einfach akzeptiert, dass da ein Killer Kindern beibringt, was eine Arterienwaffe ist. Und sie alle dann auch so diese Waffe so, oh. Ganz komischer Film, nicht gut. War die Sonne. Aber sehr komisch. Vielleicht werde ich sie mir anschauen. Nee. Okay, dann nicht. Nee, gibt bessere, echt. Du musst ohnehin noch so viele Sachen gucken. Matroschka musst du noch gucken, Northman musst du gucken. Northman habe ich geguckt. Okay, gut. Hast du schon mal. Alles bin ich sogar durch. Was ist das? Was leuchtet? Was leuchtet mich schurkenhaft? Aber das Geile ist, die haben ja ... Oh, okay. Hier, der durchsticht sich selbst. Oh Gott. Okay, das ist ein krasser Kranz. Mach den. Easy. Easy. Ich spucke auf dich. Du bist es nicht wert, dass mein Gefährte sein Schwert mit deinem Blut benetzt. Wie Dreck ist es Schlamm auf unserer edlen Waffe. Mir sofort die blutbefekten Armbänder. Der konnte ja wirklich gar nichts. Ich war aber auch sehr gut. Ja, natürlich. Aber du hast ihm halt auch ... Das war ja schon abzusehen. Der hat sich durchbohrt, um stärker zu werden. Das ist doch schon mal ... Das ist doch von Anfang an schon alles falsch. Ja, da muss man schon dumm sein. Maria hat das aber auch gemacht. Ja, aber Maria konnte was. Aber er hier, er hat einfach nur ... Er hat Maria gesehen und gesagt, ach, so läuft das. Er hat einfach angefangen, sich zu durchbohren. Oh, der hat was gedroppt. Was ich jetzt aber ... Ich würde gerne wissen, ob jetzt hier Feierabend ist. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, wir müssen eigentlich ... Du könntest auch zurück. Du hast ja noch Tabletten. Geh weiter vor. Wir haben noch 30 Sekunden. Hol noch mal 10.000 Seelen. Weißt du, an was mich das erinnert? Demon's Souls. Die Höhlen, ja, die Mühlen. Das war nicht schön. Oh Gott, das ist original. Oh nein, das geht runter, oder? Es ist wirklich ... Okay, also wir haben nämlich hier im selben Raum schon unsere Homies von Creepjack sitzen. Da gibt es heute eine mega-Special-Folge. Florentin ist auf jeden Fall am Start. Sie haben einen Gast. Wer das ist, das verrät euch Marco Giesel gleich. Der ist nämlich auch dabei. Und ich glaube, es wird heute sehr kompetent. Es wird richtig e-sportlich. Und ich werde jetzt im Nachgang mir diese Sendung anschauen. Ja, wir sitzen ja hier. Wir gucken uns das live an. Ihr müsst einfach nur dranbleiben. Zwei Sachen, die ... Wir müssen jetzt aufhören, aber zwei Sachen. Zum einen haben wir 24.000 Seelen. Dann sind noch mal 30.000 Seelen in dem Kopf von dem Hai-Oshi drin. Wie heißt der Hai? Kai. Heiko. Heiko. Kai wäre auch okay. Ja, Heiko. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir den wirklich mal machen. Weil dann kriegen wir 30.000 Seelen und können wir schön aufleveln. So, alles gut. Das finde ich gut. So machen wir das. Das war's von uns. Das war's mit Bloodborne. Jetzt sieht's ihr live weiter mit den Boys von Creepjack. Viel Spaß dabei. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020